The Broadcast is live, steht da. Ach, jetzt hier. Hört uns jetzt jemand? Hallo. Hallo. Aber jetzt steht auch über deinem Kopf, steht jetzt auch live und die Sekundenanzahl. Ja, stimmt, das sehe ich auch. Ah, hier schreibt jemand Hallo. Sehr gut. Achso, ich muss hier zu Comments rüber. Ich bin bei Private Chat. Achso. Wird sich auch, dass Leute schreiben. Sehr schön. Ich bin so aufgeregt. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Soll ich anfangen, Lisa? Ja, bitte. Okay, ja, hallo. Schön, dass ihr alle dabei seid auf Lisas Kanal. Ich bin Lena, für die, die mich nicht kennt. Und Lisa ist ganz aufgeregt und deswegen sage ich jetzt einfach Hallo. Und wir dachten, wir machen mal ein offenes Q&A rund um Booktube, um Booktube-Anfänge, um alles, was so Behind-the-Scenes mäßig ist. Und danach können wir über alles quatschen, was uns so einfällt. Also wenn es schon Fragen gibt rund um Booktube, sowas wie, wie habt ihr damit angefangen, wie war das als Überwindung für euch, was habt ihr für Tipps, was dreht ihr am liebsten, was war das Peinlichste, was euch passiert ist, alles Mögliche. Dann können gerne alle Fragen in die Kommentare gehauen werden, würde ich sagen. Haut in die Tasten. Schön, ich glaube, es müssen erstmal alle gerade ankommen, erstmal Hallo sagen. Das finde ich immer voll schön irgendwie am Anfang. Ja, diese ganzen Hallos an der Seite. Hi, hello. Es sind auch wieder ein paar vom letzten Mal dabei, sehe ich. Guck mal, jetzt sagt Paola, eigentlich hast du gerade alle Fragen schon gestellt, liebe Lena. Es sind noch ganz viele andere. Aber guck mal, hier ist schon die erste Frage doch. Welches Buch hast du als allererstes in die Kamera gehalten? Weißt du das noch? Boah, das war auf jeden Fall bei meinem Top-10-Video 2019. Und ich würde behaupten, es war ein Julia-Dippel-Buch, aber ich weiß es nicht mehr sicher. Weißt du es noch? Ich habe, mein allererstes Video war, glaube ich, ein Highlight-Video von 2016. Es ist jetzt halt auch schon fast vier Jahre einfach her. Hey, ganz ehrlich, guck jetzt mal kurz nach hier. Soll ich auch mal gucken, was es bei mir war? Ja, guck mal nach. Boah, da muss ich ja ganz schön runterscrollen. Ich habe auch neulich gesehen, wie krass viele Videos ich eigentlich schon habe, ne? Das ist total... Das fand ich bei mir selbst heute schon irgendwie erschreckend. Und jetzt mache ich das gerade so ein halbes Jahr, weil ich die in diese Playlist zusammengestellt habe, damit das mal wieder richtig stimmt. Aber das hat irgendwie... Ja, da war ich auch erstaunt. Wie viele Videos hast du denn? Hast du es mal gezählt? Ey, ganz ehrlich. Ich glaube, 300 oder so. Das Geilste ist, mein erstes Video... Ich halte es mal kurz hier... Ey, guck mal, wie knallrot bin ich denn da, bitte? Das ist auch noch dieses Fisch-Augen-Objektiv oder nicht? Ja, total vollkommen. So, und hier kommt das erste Buch von Shavey Stevens. Wie geht es auch immer noch? Ich muss gerade noch das Video suchen. Moment. Ich habe gerade gefragt, ob ich umgeräumt habe. Ich kann deine Zeit überbrücken, Lissian. Such in Ruhe. Okay. Ich habe nicht umgeräumt. Ich sitze nur ein paar Meter weiter rechts. Also ich habe ja hier ein paar Regale. Und hier noch ein Regal. Genau. Deswegen. Und weil da nämlich hier neben mir ist gerade voll Karacho die Sonne. Und weil ich da nicht sitzen wollte, bin ich zur Seite. Genau. Gott, ich schäme mich fast ein bisschen, weil ich so geschminkt bin. Und so stockig spreche. Sieht man das? Es ist übrigens federleicht. Federleicht. Von Mara Wolf. Ja. Und ich war so geschminkt. Mein Vater hat mich danach gesehen und hat zu mir gesagt, den Butz kannst du jetzt aber auch mal abkratzen. Sehr schön. Ja. Oh Mann. So, warte mal. Jetzt kommen doch hier schon so die ersten Fragen. Was gibt es denn im Voraus zu beachten, bevor man das erste Video macht? Ich würde sagen, sich einen Namen überlegen und einen YouTube-Kanal überhaupt erst mal einrichten. Ja, und auch vielleicht überlegen, was du eigentlich überhaupt möchtest. Also so blöd sich das jetzt anhört, aber möchtest du so klassische Formate machen? Möchtest du, wie soll ich sagen, wie möchtest du dich auch geben? Also möchtest du so reden, wie du halt einfach bist? Das wäre immer mein Tipp für alle, weil red halt so, wie dir der Schnabel gewachsen ist. So, ne? Ja, stimmt. Aber das mögen ja nicht alle, sage ich mal. Wobei sich das auch, glaube ich, mit der Zeit entwickelt. Also am Anfang habe ich auch sehr gestellst gesprochen. Ja, ich auch. Das wurde dann mit der Zeit, dass man entspannter einfach. Man macht sich nicht mehr so viele Gedanken. Ja, und vielleicht auch, bevor man wirklich das erste Video hochlädt, auch ein paar einfach drehen, um so ein bisschen sicherer vor der Kamera zu werden, weil das ist ja das, wo sich halt wirklich viele ganz unwohl erst mal am Anfang fühlen. Also du musst dir vorstellen, du sitzt da und vor dir ist halt die Kamera und du redest halt um die Kamera. Und das ist halt erst mal ein komisches Gefühl, aber man kommt da rein. Und ich glaube, bevor man vielleicht das erste Video hochlädt, würde ich einfach zwei, drei drehen, dann ist man so im Redefluss und ist vielleicht auch ein bisschen lockerer und diese Nervosität am Anfang ist weg und dann? Ich habe auch am Anfang so Probevideos mit dem Handy gedreht, um erst mal zu gucken, wie fühle ich mich? Ist es so schlimm, dass ich es gar nicht machen möchte oder gar nicht machen kann? Also ich meine, das ist ja auch völlig okay. Okay, es ist ja nicht jeder dafür gemacht, sich vor der Kamera zu hocken und zu reden. Und habe die dann auch Freunden geschickt, unter anderem auch Lena, um mal zu gucken, was da so für Resonanz kommt. Kann man sich das angucken? Ist es ganz schlimm? Sage ich, keine Ahnung, 800 Mal im Satz M? Oder habe ich irgendwie eine Anwandlung, die ganz schrecklich vor der Kamera wirkt, die mir selber gar nicht auffällt? Ja, um sowas irgendwie einfach mal abzuchecken. Ja, voll. Also manchmal hat man ja so Mimik oder Gestik an sich, da ist man sich gar nicht bewusst, was man eigentlich macht. Also ich rede zum Beispiel sehr, sehr viel mit den Händen und ich gucke auch manchmal sehr streng. Und ich gucke auch ganz oft so, ich kriege hier so eine Zornesfalt. Mir halt echt erst so richtig aufgefallen, als ich dann Videos von mir selber gesehen habe und auch so, ich spreche auch manchmal voll unhöflich. Ich meine das aber gar nicht so und dann merkst du, wenn du so ein Video dir anguckst, ey, lächel doch mal, was ist los? Und da verändert mich. Ich mache mal so einen komischen Schnaufer, den ich immer rausschneide. Wenn ich quasi ein Buch weglege und wieder ein neues Buch herhole, ich könnte den nicht mal nachmachen. Das ist so ein komischer Grundschnaufer manchmal. Den mache ich nie. Den mache ich nur, wenn ich ein Buch weglege und das nächste herhole. Und dann mache ich irgendwie... Und den schneide ich dann jedes Mal raus. Ich erkenne mittlerweile sogar schon an der Tonspur unten, ah, das ist wieder der Schnaufer. Ja. Okay. Es kam auch die Frage, also Lisa, wenn ich dir hier zu dominant bin und dir irgendwas weckn, die mir sagt, das ist dein Kanal, du kennst mich, ich gucke da nicht mehr. Den hier macht das schon. Worüber wir eben im Vorfeld auch schon gesprochen haben, worauf man vielleicht vorher noch achtet oder worüber man sich informieren sollte, ist alles rund um Impressum und Kennzeichnung. Und weil wir beide jetzt schon gesagt haben, wir sind keine Anwälte, wir sind keine Juristen, haben wir aber einen Link, den wir gerne einmal reinschicken würden. Das mache ich jetzt einfach mal direkt. Da kann jeder alles nachlesen. Wie kann ich denn das kommentieren hier? Das geht gar nicht. Kannst du nicht unten post a comment machen, dann schickst du es da rein und dann schicke ich es hier per... Ich kann hier gar nichts machen, was ist das? Guck mal, ich kann dir privat was schicken und du kannst es dann vielleicht da kommentieren. Also es ist... Aber kannst du nicht einen Kommentar reinschicken? Nein. Ich kann keinen Kommentar schicken, Leute. Was ist denn jetzt los? Wir machen das so, wenn das Video nachher durch ist, kann ich doch die Beschreibung unten verändern und dann schicke ich da den Link rein. Genau. Jawohl, ich. So. Weil ich aber eigentlich sage, Leute, ist hier, die Frage fand ich auch nämlich cool, was wir vielleicht als erstes Video drehen oder hochladen würden und was für Tipps wir haben, um uns zu überwinden. Also fürs Überwinden würde ich sagen, einfach üben, also einfach hinsetzen und machen. Und als erstes Video habe ich ja damals so ein Top 10 2019 hochgeladen. Gut, ich habe halt passenderweise im Dezember angefangen. Da hat das ja auch jahreszeitstechnisch ganz gut gepasst. Aber ich würde vielleicht mit so einem Lieblingsbuch-Video anfangen. Dann wissen die Leute gleich, was man gerne liest. Und man kann ja da einbauen, so ein bisschen Vorstellung. Ich heiße Lisa, ich bin 27 Jahre alt, ich wohne in der Nähe von Stuttgart oder was weiß ich. Was auch immer ihr sagen wollt. Oder halt auch nicht. Ich meine, es ist ja auch jedem selber überlassen, was er preisgeben möchte. Nicht jeder möchte sagen, dass er, weiß nicht, in Berlin oder in der Nähe von Stuttgart wohnt. Ja, und also was man ja auch eigentlich ganz gut immer machen kann, ist sich irgendeinen Tag rauszusuchen, wo vielleicht aus jedem Genre oder für alle Lebenslagen irgendwie eine Frage dabei ist. Sodass der Zuschauer halt direkt sagt, okay, die mag Thriller, die mag keine Liebesgeschichten, aber Fantasy findet sie gut. Also dass man schon mal so ein bisschen guckt, passt der Lesegeschmack oder nicht. Und das muss ich hier sagen, ja. Für alle, die neu damit anfangen wollen, überlegt euch bitte vorher ganz genau, was ihr preisgeben möchtet von euch privat. Denn es sind, die meisten sind hier ganz nett, ja. Ich will dagegen auch gar nichts sagen. Aber überlegt euch ganz genau, welche privaten Details ihr über euch preisgebt, über eure Familie, über eure Wohnung, über eure Partner, über was auch immer und vor allem auch über die Adresse. Denn wenn man ein Impressum hat, musst du halt irgendeine Adresse dort eintragen. Und ich hatte am Anfang meine Privatadresse und das war nicht gut. Und macht es nicht. Oder seid vorsichtig, bitte. Das müsst ihr vorher irgendwie euch genau überlegen. Das Internet vergisst nicht. So, Oberlehrer, Dreichel, der steht hier am Ende. Das wollte ich nur sagen. Also, überlegt euch gut, was ihr preisgebt. Weil es sind nicht nur nette Menschen da. Ja, sorry. Das war mir gerade ganz, ganz wichtig. Ebru fragt, was wir heute anders machen würden, wenn wir heute einen YouTube-Kanal starten würden. Okay, also Ebru, erstmal, du brauchst nicht aufgeregt sein. Ja. Ich sehe wenigstens keiner. Was würde ich anders machen? Ich glaube, ich würde gar nichts anders machen. Ich würde vielleicht meine Farbeinstellung in dem ersten Video ein bisschen nachkorrigieren, weil ich aussehe wie eine knallrote Tomate. Aber ich denke mir halt irgendwie immer, für mich jetzt persönlich, ich mache es jetzt seit fast vier Jahren. Das hat halt irgendwie dazugehört. Du siehst halt eine Entwicklung in diesen vier Jahren. Ich glaube, das Beste ist wirklich einfach loszulegen, wenn man ein Video hat, womit man einigermaßen zufrieden ist. Zu 100 Prozent ist man, glaube ich, sowieso nie mit seinem ersten Video zufrieden. Weil es ist halt was Neues und man denkt so, Gott, wie sehe ich aus? Und meine Haare? Und ach du Scheiße? Das denke ich mir heute noch. Ja, na klar. Also wie ich teilweise, ey, ich habe so Videos gedreht neulich, so Top-Five-Fanty-Bücher oder so. Und dann habe ich alte Videos verlinkt. Ey, das gibt es nicht. Ich sitze da wie eine Kalkleiche mit so Strohhahn und dann aber so rosa Lippenstift. Und ich denke mir, du siehst nicht schön aus. Wer hat dich denn so vor die Kamera gelassen? Das ist furchtbar, aber es gehört halt dann dazu. Aber das ist doch auch, wenn man alte Bilder von sich anguckt. Wenn ich Bilder von mir angucke, wo ich, keine Ahnung, 16 bin, denke ich mir auch, um Gottes Willen. Das ist halt einfach so. Man entwickelt sich halt. Ja, das Problem bei mir ist, ich bin ja nur 29. Ich war damals 25. Eigentlich sollte man meinen, dass man da vielleicht schon seinen Stil gefunden hat. Ich hatte ihn nicht. Aber das ist egal. Ich bin 27. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich meinen Stil gefunden habe. Ja. Wer weiß. Aber würdest du was anders machen? Ich würde mich, glaube ich, wirklich nicht so arg schminken. Also ich bin schon sehr geschminkt einfach. Weil ich halt Angst hatte, dass ich nachher glänze im Video oder rot werde. Also wahrscheinlich werde ich jetzt auch gleich rot, weil ich werde meistens schon rot, wenn ich drüber spreche. Und ich werde dann so, das steigt so langsam wirklich an und dann bin ich rot wie ein Tomate. Und ich glaube, davor hatte ich Angst, dass mir das in meinem ersten Video passiert und deswegen habe ich mich so stark geschminkt. Ja. Und ich bin halt normalerweise der Typ, ich trage nur Wimperntusche und vielleicht mal so ein bisschen Abdeckstift, wenn irgendwo so ein dicker Pickel sitzt. Und da habe ich mich halt wirklich so mit Make-up und Puder und noch Puder und keine Ahnung. Ja. Ja, kenne ich. Ich trage auch sonst nie Lippenstift. Ich habe Videos mit Lippenstift. Das findet man dann halt in dem Moment schön. Sieht vielleicht ja auch dann in dem Moment okay aus, aber manchmal halt auch nicht. Ich habe gar keinen Lippenstift. Doch einen. Ja. Ja, ist halt so, ne? Hier fragt jemand, was es denn für eine andere Möglichkeit beim Impressum gibt. Also, völlig leihenhaft kann ich nur sagen, dass man sich wohl bei so Bloggeragenturen anmelden kann. Da bezahlt man womöglich Geld, dass die einen unter Vertrag nehmen. Ich habe keine Ahnung. Ich habe mich da noch nie wirklich damit informiert oder auch auseinandergesetzt. Und dann kann man quasi deren Geschäftsadresse angeben. Ja. Aber ansonsten, ich weiß auch, dass Postfächer nicht mehr gelten. Nee. Es ist ja immer so ein bisschen die Frage, ne? Das darf man jetzt wahrscheinlich offiziell gar nicht so sagen. Aber wo kein Kläger, da kein Richter, ja? Also, es muss jeder selber wissen, aber rein theoretisch braucht man halt ein Impressum. So. Und ich habe zum Beispiel, ja, die ersten fast drei Jahre meine Privatadresse da gehabt. Und das ging ja auch in den meisten Fällen gut. Es gab halt dann zwei Sachen, die sehr gruselig waren. Und dann habe ich gesagt, nee, jetzt gibt es halt nicht mehr. Und dann habe ich bei der Arbeit eben gefragt. Und da durfte ich die Adresse angeben. Das macht ja auch nicht jeder Arbeitgeber, sage ich mal. Dafür bin ich auch dankbar. Ja. Aber das kann man alles mal googeln, mal rausfinden. Vielleicht kann man ja auch, also nicht. Ich weiß nicht, wie das ist. Aber ich kann jetzt nur mal so ganz kurz sagen, dass vielleicht auch, ja, also Leute in unserem Alter, ich weiß nicht, Lena, wie es bei dir aussieht, aber ich habe auf jeden Fall eine Rechtsschutzversicherung. Und im Notfall würde ich da einfach mal anrufen und mal nachfragen, weil die normal, also im Normalfall hat ja so eine Rechtsschutzversicherung auch so eine, also so eine Infostunde ist ja dann meistens kostenlos. Ja, und ich sage mal so, lieber einmal irgendwie, keine Ahnung, 20, 30 Euro ausgeben und sich einmal professionell beraten lassen, als am Ende blöd dazustehen. Also Lukas hat hier gerade auch, glaube ich, ich glaube es war Lukas, was passiert, wenn man einfach keine Adresse angebt? Naja, wenn keiner dir ans Bein pissen will, dann passiert ja auch nichts. Das ist aber, dann kannst du dir das Impressum halt im Endeffekt auch sparen. Weil ich glaube, es ist egal, ob du ein Impressum mit Adresse hast, ohne Adresse hast oder gar kein Impressum, das ist im Endeffekt ja gleich. Dann kannst du es dir sparen. Ich weiß auch überhaupt nicht, was da für Strafen auf einen zukommen können, wie hoch die sind. Man hat da ja schon Unterschiedlichstes gehört. Es gab ja wohl mal eine Zeit lang so Agenturen, die sich darauf spezialisiert haben, Blogger, also gerade in der Modebranche rauszupicken, die das eben nicht hatten, um die da angreifen. Spart zu machen. Instagram-Account, was du ja theoretisch haben müsstest. Also von daher, glaube ich, würde ich uns kleinen Fischchen da hier irgendwie erwischen, nehmen sie mal lieber, keine Ahnung, den mit 200.000 Abonnenten auf Instagram. Aber es hatten mir ganz viele geschrieben, so in den letzten Jahren, dass sie eigentlich gerne anfangen würden mit Booktube, aber eben ihre Adresse nicht angeben wollen und diese ganze Impressumssache nicht verstehen oder nicht sich damit beschäftigen wollen oder sonst was und es deswegen nicht machen. Aber ich meine, man findet ja bestimmt irgendwelche guten Infos darüber auch nochmal im Internet. Also ich würde da einfach, wenn man das wirklich machen möchte, einfach mal googeln, würde ich sagen. Wollen wir vielleicht das Thema wechseln? Also, weil ich weiß nicht, was wir dazu noch groß sagen sollen. Es sind halt schon noch ein paar andere Fragen gekommen, wo ich glaube, dass wir qualifiziertere Antworten geben können. Wisst ihr, was ich meine? Hier noch ganz kurz die Frage, wie lange der Livestream gehen wird. Sollten Fragen so lange kommen, dann bis 17.30 Uhr. Ansonsten hören wir halt früher auf. Es liegt an euch. Genau. Es hatte die Lisa schon zweimal jetzt gefragt, wie geht ihr mit Gegenwind in der Community, aber auch privat um? Das finde ich eine sehr spannende Frage, weil da auch sehr viele Fragen immer in die Richtung kommen. Also als ich mein erstes böses Kommentar, also was heißt böses Kommentar, aber so ein bisschen blöd formuliert und ich habe mich dann schon so ein bisschen erschreckt, habe ich erst mal Lena geschrieben. Lena, guck mal, was mache ich jetzt? Und das war eigentlich noch relativ harmlos, aber man nimmt sich zu Herzen. Ja, na klar. Ich meine, man steckt da ja auch viel Zeit und Mühe dahinter und ich persönlich bin kein Mensch, der solche Kommentare hinterlassen würde. Ich würde der Person vielleicht auf Instagram privat schreiben, also in der Nachricht. Pass auf, fand ich nicht so gut. Ja, aber es ist halt einfach so. Ich meine, es kann ja auch privat passieren, wenn man sich zu irgendeinem Thema in irgendwelchen Gruppen äußert, dass man da blöden Gegenwind bekommt. Wichtig ist, denke ich, dass man sich abgrenzen kann und sagen kann, okay, bis hierhin belastet es mich und jetzt ist aber auch gut. Jetzt mache ich einen Knopf dran quasi. Weiß nicht, Lena, wie machst du das denn? Also ich muss sagen, so am Anfang gab es eigentlich selten böse Kommentare, wo ich wirklich sage, das war jetzt aber wirklich richtig böse. Ich versuche aus vielen Kommentaren, wo ich mich vielleicht im ersten Moment ärgere oder denke, wie hat derjenige mir denn jetzt gerade was geschrieben, versuche ich immer so ein bisschen zu gucken, okay, steckt da vielleicht was Wahres drin? Also zum Beispiel hatte mir mal eine geschrieben, was war denn das, dass mein Bild so einen Gelbstich hat und das hat gestimmt und dann habe ich halt gedacht, okay, die Person hat es halt echt nicht nett formuliert. Sein Bild sieht scheiße aus oder irgendwie so und ich dachte mir so, was? Also würde man selber vielleicht nicht Leuten was schreiben, weil ich mir immer denke, da sitzt ein Mensch dahinter so, also hier ist Latte im Endeffekt so, aber dann habe ich halt gedacht, okay, du musst halt einfach dein Video, wenn du das schneidest und fertig gemacht hast, musst du halt den Farbregulier ein bisschen machen, dann hat es den Gelbstich nicht mehr. Also ich gucke immer, ist da irgendwas Konstruktives dabei, womit ich was anfangen kann? Wenn nicht, dann weg, weil, weißt du, wenn Leute irgendwie gemeine Sachen schreiben oder beleidigende Sachen, denke ich mir immer, ey, was hast du für ein armseliges Leben, dass du jetzt hier Leute, die du gar nicht kennst, im Internet beleidigen musst. Und ich glaube, dass es für viele schwer ist, damit umzugehen und da gibt es, glaube ich, auch kein Geheimrezept, wie man das am besten irgendwie macht, dass es einem egal wird, aber ich würde mir immer selber sagen, okay, ist an der Kritik was dran? Ist es eine Person, die, weiß ich nicht, die dir so nahe treten sollte? Ist es jemand, der dich überhaupt kennt? Also ist es jemand, der qualifiziert ist, Aussagen über dich zu treffen? Und wenn es alles nicht zutrifft, dann denkt dir, so what? Für dich. Also so bin ich da eigentlich eingestellt. Aber manchmal nehme ich mir trotzdem Sachen zu Herzen. Ja, so ist es bei mir ja auch. Also natürlich trifft ein, dass zum Beispiel, also vor allen Dingen dann, wenn es Leute sind, die bisher nie Videos kommentiert haben und dann das Video negativ kommentieren, dann denke ich mir auch, wer bist du? Was willst du? Also, das ist nicht böse gemeint, aber ich finde, wenn das dann halt gerade auch noch ohne ein Hallo und ohne liebe Grüße, sondern einfach nur so, was, da hast du es an Latz geknallt, dann denke ich mir dann auch, okay, dann hättest du das Kommentar jetzt auch sparen können. Also, das ist halt das, was ich vorher auch sagen wollte. So würde ich nie an die Sache rangehen. Und dann fühle ich mich natürlich auch persönlich angegriffen, weil ich finde, jeder Mensch, egal wie ehrlich die Kritik ist oder auch, also, ne, man kann das vernünftig verpacken und man kann das ordentlich sagen und man kann Hallo und Bitte und Danke und Tschüss schreiben. Da bricht keinem eine Zacken aus der Krone. Da verlangst du aber ganz schön viel, Lisa. Ja, ich weiß. Ja, also, ich habe gemerkt, wenn mir jemand wirklich gemeine oder so ätzende Kommentare geschrieben hat, dann ist ja die erste Möglichkeit, du ignorierst die Person oder die zweite Möglichkeit ist, du gehst nett und freundlich auf die Person zu und sagst, pass auf, ich verstehe den und den und den, Punkt, aber A, B, C, ja. Ja, und meistens, also wirklich in 99% der Fälle sind die Leute auf einmal nett und entschuldigen sich sogar, weil sie merken, uh, das hat ja jemand gelesen, da sitzt ja ein Mensch. Das hatte ich einmal, ich fasse mich kurz, weil ich sehe schon, es kommen ganz viele andere Fragen noch, aber ich hatte das mal, das ist mein liebstes Beispiel, einigermaßen aktuell sogar noch. Ich hatte ja, als ich auf meiner verkackten Weltreise war, ein Update-Video gemacht, also zwei Stück, um genau zu sein und in dem einen war halt noch nicht so ganz klar, okay, brechen wir das ab oder nicht. Und ich habe halt einfach meine Emotionen, wie für mich die Situation ist, geschildert und mir ging es halt richtig schlecht. Und dann hat eine Person dazu geschrieben, dass ich nicht rumheulen soll, andere Menschen sterben und ich heule, weil ich nicht in die Harry Potter World kann, was ich für eine aufgeblasene Tussi bin. Und ich saß da und dachte mir, der hieß Carsten, ich so, Carsten, du bist heute Morgen irgendwie mit einem falschen Fuß aufgestanden, hör auf mich zu beleidigen. Da habe ich geschrieben, lieber Carsten, wenn du mein weiteres Update-Video geguckt hättest, wo ich genau das sage, dann kannst du über mich urteilen. So nicht, nimm dir die Zeit und guck dir das an. Du hast dich bei mir entschuldigt, sogar dreimal, der Carsten. Und ich glaube halt, dass Menschen, man muss halt so ein bisschen, glaube ich, versuchen zu verstehen, wieso die Menschen machen, was sie tun. Ich fühle mich gerade wie eine Psychologin irgendwie. Aber die sind halt in dem Moment wegen irgendwas getriggert. Das muss nur ein Satz sein, den du gesagt hast. Und dann denken die an irgendeine Situation, die die mal erlebt haben und dann knallen die durch. Und dann schreiben sie. Und dann ist gut. Und dann, wenn du dann sagst, hey, es tut mir leid, dass du es so aufgefasst hast, dann kannst du die meisten wieder einfangen. Und dann ist alles gut. Ja. Hier schreibt jemand, ob wir aufgehört hätten mit YouTube, wenn kaum jemand unsere Videos geguckt hätte. Ich weiß nicht. Also, glücklicherweise war ich nie in dieser Situation, weil ich durch viele Bookstagram-Freunde relativ gut supportet wurde. Und ja, auch dank Lena. Also, ich meine, ich habe mit Lena relativ früh, haben wir ja zusammen ein Video gedreht. Ich denke, auch das hat mir halt einfach geholfen. Und auch die Streams und so weiter. Natürlich hilft einem das. Ich weiß nicht. Ich hätte mich vielleicht gefragt, woran es liegt. Liegt es an der Bildqualität? Liegt es am Licht? Habe ich einen Gelbstich? Habe ich einen Grünstich? Keine Ahnung. Über sowas hätte ich mir dann vielleicht Gedanken gemacht. Und wenn auch das alles nichts geholfen hätte, dann hätte ich vielleicht drüber nachgedacht, ob es wirklich keinen Sinn macht. Weil, ja, man steckt da ja schon viel Zeit rein in das Hobby. Also, ich zumindest. Also, bei mir ist der Samstag voll mit YouTube. Also, bei mir ist gefühlt die ganze Woche neben der Arbeit voll mit YouTube. Das ist halt das, was die meisten ja nicht sehen, weil man es ja auch nicht unbedingt teilt. Es ist ja nicht nur dieses Videodrehen und sich vorher Gedanken machen. Ich sitze teilweise vier Stunden am Stück da und antworte auf irgendwelche Mails oder kläre irgendwelche Dinge. Weil organisatorisch ja ein paar Sachen anfallen. Also, es war am Anfang bei mir nicht so. Aber wenn man jetzt mal eine Kooperation macht oder man plant mit dem Verlag irgendwie was zusammen oder man hat irgendeine Idee und möchte dazu jemanden was fragen oder weiß ich nicht, das dauert. Also, das ist ein zweiter Job, kann man nicht anders sagen, oder? Also, ich finde zum Beispiel auch die Neuerscheinungsvideos mit am aufwendigsten. Weil es ist ja nicht so, dass ich mich hier hinstelle und sage, ich ziehe jetzt die zehn Bücher, die ich diesen Monat gelesen habe, aus meinem Regal raus, sondern ich muss mich hinsetzen, ich muss die Neuerscheinungen raussuchen. Dann muss ich mir überlegen, interessiert mich das? Interessiert das meine Zuschauer? Manche Bücher zum Beispiel überschneiden sich halt. Also, die interessieren mich nicht so unbedingt, können aber für mein Publikum was sein oder auch andersrum. Also, das weiß man ja nie. Dann muss ich die Bilder runterladen und dann muss ich ja diese Bilder der Bücher einzeln ins Video einschneiden. Und das ist viel aufwendiger, wie mit dieses Buch hier mal zwei Minuten hochzuhalten. Ja. Finde ich. Total. Es ist mir auch leid, dass ich so grinse. Ich habe nur gerade den Kommentar gesehen. Ach Mann, was ist denn mit Carsten los? Achso. Kennst du das? Oh nein, was ist mit Carsten los? Oh Gott. Oh, egal. Hast du jetzt den Tomaten-Moment? Das wäre schön. Da bin ich nicht alleine. Siehst du schon, wie das hier... Ein bisschen. Weil ich mein Lachen unterdrücke. Achso. Du darfst es ja ruhig rauslassen, Lena. Das war ja bei mir das letzte Mal genauso. Ja. Bei meinem ersten Livestream ist mein Freund vom Stuhl gefallen und da habe ich mich auch richtig totgelacht. Dann war der Livestream mit dir und dann hattest du deinen Lachflash-Moment. Und jetzt geht es hier los. Wo ist denn die Hedwig? Oh nein. Wo ist Hedwig? Hier ist eine Frage, die ich auch sehr cool finde und auch sehr berechtigt. Setzt ihr auf Inhalte, die am meisten Klicks bringen, wie vermutlich Lesemonate und Neuzugänge-Videos? Oder macht ihr lieber das, was euch Spaß macht? Soll ich anfangen oder möchtest du dieses Mal anfangen? Okay. Also ich finde, also wir machen Neuzugänge-Videos und Lesemonate halt auch einfach Spaß beim Drehen. Würde es mir keinen Spaß machen, würde ich es nicht drehen. Ist halt so. Was ich interessant finde, ist, dass ich Text relativ gerne drehe, aber nicht so unbedingt gerne bei anderen gucke. Also ich kann aber nicht erklären, warum. Ich sage mir aber genauso. Ich weiß auch nicht, wieso. Ich weiß nicht. Also es gibt schon so Tags, die einen interessieren. Wie zum Beispiel den Entweder-Oder-Tag oder auch den Anna so ein bisschen ins Leben gerufen hat. So diese Lesegewohnheiten. Also ich weiß nicht, ob sie den neu aufgesetzt hat, aber ich habe den auch vorher noch nirgendwo anders gefunden. Und die, die ich gefunden habe, haben wir aber auf Anna verlinkt. Ja. Also den fand ich interessant, weil da die Leute halt auch einfach mehr über einen selber lernen und auch über das Leseverhalten. Aber ich selber habe gemerkt, zum Beispiel der Hörbuch-Tag und der E-Book-Tag, der kommt halt einfach nicht so gut an. Ja. Ich habe am Anfang ganz viele verschiedene Tags ausprobiert, vor allem auch so aus dem Englischen. Habe ich mir die dann übersetzt? Das hat mir gar keine Sau interessiert. Also wirklich. Bei mir ist es so, Lesemonat gehört für mich einfach dazu. Ja. Also das macht mir aber auch Spaß. Ich liebe das, mich am Ende des Monats hinzusetzen und nochmal so Revue passieren zu lassen. Was habe ich eigentlich alles gelesen? Weil das ist ja wie so ein Online-Tagebuch, jetzt mal blöd gesagt. Also ich weiß nicht, ich schreibe mir ja auch immer auf, was ich gelesen habe. Und seit diesem Jahr mache ich das immer bei Goodreads. Da bin ich ganz hinterher. Und das macht Spaß und irgendwie, ich würde niemals was drehen, was mir keinen Spaß macht. Ich wüsste auch nicht, was mir gar keinen Spaß machen würde. Aber mir ist es auch wichtig, nicht nur diese, ich sag jetzt mal, normalen Formate, die jeder kennt, immer zu machen, sondern eben auch neue Sachen auszuprobieren. So wie zum Beispiel mein, wie ist es, wie ist es wirklich so ein Buchladen-Video, äh, im Buchladen-zuarbeiten-Video. Oder hier mit BookRhapsody ein Lied umzuschreiben oder, weiß ich nicht, irgendwie so andere Sachen sich auch mal zu überlegen. Aber dafür braucht man halt Zeit und die habe ich gerade halt nicht. Da bin ich ehrlich gesagt so unkreativ. Was ich ganz gerne mache, sind diese eben, ähm, da kommt auch nächsten Mittwoch das von Lena und von mir. Ach du, ja, wo? Zeigt mir ein Buch, das, also nicht nur über Instagram oder so, daher kommt es ja eigentlich. Aber ich finde es ganz witzig, das mit anderen BookTubern zu machen. Zum einen lernen die Zuschauer immer noch einen anderen Kanal kennen. Und zum anderen hat man auch einfach nochmal andere Fragen. Weil ich glaube, Leute, die selber in dieser BookBubble leben, fragen anders, wie Leute, die einfach nur zuschauen. Das soll jetzt überhaupt nicht abwertend klingen, aber einem fällt da vielleicht was ganz anderes ein, wie die Standardsachen, zeig ein blaues Buch, zeig ein rotes Buch oder, ja. Ja. Genau, das mache ich ganz gerne noch so zusätzlich als Format. Und ich finde auch, ähm, was, ich glaube, da spreche ich auch für uns beide, was halt auch immer schön ist, ist, wenn sich halt Abonnenten was wünschen. Also, wenn man einen Vorschlag hat. Also, mir hat immer eine vorgeschlagen, die dicksten Bücher, die ich je gelesen habe, zu zeigen. Das kam so gut an. Ich wäre auf die Idee nicht gekommen. Also, irgendwann vielleicht mal, aber, also, immer, ne, Input immer voll gerne her. Ja. Ja. Lisa fragt noch, wie es denn war im Bekanntenkreis, ob wir da drüber gesprochen haben, als wir mit YouTube angefangen haben, beziehungsweise anfangen wollten, und ob es negative Stimmen gab. Also, ähm, ich habe keine negativen Stimmen mitbekommen. Ich glaube, dass einige vielleicht am Anfang skeptisch waren, aber die Menschen, die mir am wichtigsten sind, haben von Anfang an mich damit supportet und gesagt, ja, geil und cool und hö. Ähm, ich habe das gar nicht so vielen am Anfang gesagt, tatsächlich. Auch, ich glaube, den meisten auch erst, nachdem ich das Video hochgeladen habe. Ähm, und dann war mir das auch das erste Jahr total unangenehm, das überhaupt irgendwem zu sagen. Also, nicht jetzt meinen Freunden, sondern wenn man irgendwo war, keine Ahnung, bei einer Party, bei einem Geburtstag, bei einem Familienfest. Wenn dann irgendjemand gesagt hat, ja, Lena macht YouTube, dann war ich immer so, Gott, hör auf, darüber zu reden. Inzwischen ist das nicht mehr so, weil ich mir denke, wir können stolz sein auf das, was wir uns aufgebaut haben. Ich würde trotzdem niemals einfach mich hinstellen, hallo, ich bin Lena und ich mache übrigens auch neben der Arbeit noch YouTube-Videos so. Aber die meisten, finde ich, sind eher neugierig. Wie ist es bei dir so? Also, mir war es am Anfang auch furchtbar peinlich und unangenehm, das Leuten zu sagen. Ich habe auch zum Beispiel meinem Papa auch das Ganze erst, oder halt auch allgemein der Familie über uns, also, ne, mein Papa mit Frau und zwei Kindern, erst gesagt, als das Video online war. Und ich fand es süß, mein kleiner Bruder war sofort so, echt, wie, wo, wie viele Abonnenten hast du? Wann kommt dein neues Video? Und, also, der war total hyped irgendwie. Der kam dann auch immer und hat gesagt, Lisa, guck mal, du hast die 100. Lisa, guck mal, 150. Also, das fand ich total süß. Das war echt cool. Mein Papa hat mich anfangs immer so ein bisschen aufgezogen, aber das ist okay, der ist halt einfach so. In der Arbeit habe ich es halt vorher mit meinen Chefs abgeklärt, weil ich nicht wusste, inwieweit es erlaubt ist. Also, na klar, es ist nur ein Hobby, aber trotzdem wusste ich nicht, ob es Probleme geben könnte. Und deswegen habe ich halt einfach vorher gefragt. Und, ja, also, so die richtigen Freunde haben es auch nicht gleich erfahren, sondern eher so mal die aus der Book-Community, sage ich mal, weil man da wusste, sicheres Fahrwasser. Und jetzt mittlerweile spreche ich schon relativ offen drüber. Also, wenn mich auch jemand fragt, dann sage ich das halt auch, ja. Ist auch ganz süß. Also, bei mir im Sportverein fragen halt auch immer mal wieder welche, und, wie läuft es? Ja. Ja, was ich ganz witzig finde, bei zwei Freunden zumindest von mir, ist es so, die haben sich am Anfang, weil die jetzt auch beide selber nicht so viel lesen, die haben sich dann so aus Pflichtgefühl mal ein, zwei Videos angeguckt, so, ja, so ist ja unsere Freundin, müssen wir jetzt mal hier gucken, und inzwischen, wo sie dann mitbekommen haben, oh, die hat ja jetzt doch ein paar mehr Abonnenten, das sind jetzt halt nicht nur 50 Leute oder so, sondern so, oh, es scheint ja anzukommen, gucken die sich das öfter an und sagen dann auch was. Und mir hat neulich eben die eine Freundin auch geschrieben, voll cool, ich wusste gar nicht, dass das so cool ist, was du da machst. Ich so, ja, seit vier Jahren, also wenn es jetzt komplett scheiße wäre, würde ich es ja vielleicht irgendwann lassen, oder? Und ich glaube, ich fände es auch total schlimm, wenn das private Umfeld da so negative Stimmung verbreiten würde. Das fände ich auch total unangemessen, wenn es nicht ausflippen. Ja. Das finde ich nämlich nicht gut, weil ich finde, man sollte seine Liebsten doch in dem unterstützen, was sie tun, selbst wenn man das vielleicht selber irgendwie, wenn einen das nicht interessiert. Ja. Ja. Ja, das stimmt. Ja, aber ich hatte am Anfang auch Angst einfach vor negativer Resonanz. Also das war schon am Anfang so. Auch die ersten Videos habe ich das niemals erzählt. Also es gibt auch immer noch Leute, die es nicht wissen, aber einfach nur so, weil ich da gar nicht so dran denke. Also wie du auch gesagt hast, ich gehe ja nicht hin und sage, hi, ich bin Lisa, ich mache YouTube. Ja, ja. Also es war auch neulich ganz nett, ich habe mich auch ein Arbeitskollege gefragt. Dann habe ich mich mit ihm unterhalten und dann hat mich meine Arzt so gemerkt. Also die ist erst seit eineinhalb Wochen da und habe mich so angekündigt. Ja, ich mache YouTube. Aber ich bin Nerd. Bei mir geht es nur in Bücher, nicht um Schminke. Ja, aber das ist halt, man darf sich eigentlich nicht kleiner reden, als man ist. Ja, das stimmt. Warum sollte Schminke wichtiger sein als Kirsti? Aber es ist halt eher Mainstream, muss man ja irgendwie auch sagen. Ja, das stimmt. Ne? Das stimmt. Und was ich einmal ganz witzig fand, war, ich war mit einer, das war eine Studentin bei uns bei der Arbeit, mit der war ich nach der Arbeit noch eben am Alexanderplatz hier in Berlin unterwegs. Und da hatte ich auch eigentlich noch gar nicht so viele Abonnenten. Also es ging, sage ich mal. Und da habe ich aber, also hat mich einer erkannt und mich gefragt, ob wir ein Foto machen. Das war letztes Jahr irgendwann. Das war für mich so, glaube ich, auch das erste oder zweite Mal, dass überhaupt irgendjemand mich erkannt hat. Weil ich bin ja jetzt nicht Bibis Beauty Palace oder so, ne? Und meine Studentin wusste halt nicht, dass ich YouTube-Videos machen hatte. Bist du berühmt? Die Leute, die waren nicht so, ne, ich bin nicht berühmt. Aber das ist voll witzig. Also, ich werde es nie vergessen, wie wir uns letztes Jahr auf der Buchmesse auch unterhalten haben. Und dann kamen noch die zwei Mädels. Ich weiß nicht, wer alle die beiden waren. Und ich weiß auch nicht, ob sie gerade zuschauen. Falls ja, dann schickt man gerne einen Daumen hoch oder so. Und die beiden doch dann auch kamen und gesagt haben, können wir ein Foto machen? Und ich war so, ja, meine doch bestimmt Lena. Nee, dich. Ich, ja. Hä, was? Und dann musste Lena von uns das Foto machen. Ich war dann auch so, Lena, Lena, die wollten ein Bild von mir. Das ist einfach. Das war so süß. Ich habe mich so gefreut. Wirklich. Also, auch neulich hat mir eine Abonnentin eine Nachricht geschickt. Sie hätte sich nicht getraut. Nein, halt. Sie hat mir kommentiert, dass sie gerne mal was mit mir lesen würde, sich aber nicht traut, mitzuschreiben. Das war auf Instagram. Und dann habe ich ihr halt geschrieben und habe gesagt, du, wir können gerne was lesen. Jederzeit immer gerne schreiben. Also, wenn ich im Sport war, bin ich nicht genauso wie ihr, wenn ihr geschwitzt habt. Und Lena genauso. Dann schnickten wir alle. Ach, stimmt. Vorher war noch eine Frage, ob immer ein Bookshelf im Hintergrund sein muss, wenn man Videos dreht. Finde ich nicht. Finde ich nicht. Übrigens, da ist so witzige Geschichte. Mir hat neulich jemand kommentiert, ob wir Booktuber denn nicht alle ein Foto als Hintergrund hätten. Denn die würden ja immer gleich aussehen, die Regale. Ja. Ja. Mir hat jemand gefühlt, ich soll mich gefaxt, mal woanders hinsetzen, ist langweilig. Okay. Entschuldigung, dass ich hier lebe. Ich könnte ja alle zwei Wochen umziehen für dich. Wie umräumen? Einmal Rainbow Shelf, einmal Autorenshelf, oder sozialem Regal. Genre. Mir macht das auch keinen Spaß. Das muss ich mal sagen. Weißt du, alle lieben das immer, ihre Regale umzuräumen. Ich hasse das. Ich möchte das nicht dauernd machen. Das ist eine heidene Arbeit, Mann. Hier sind fünf fette Regale, wo oben noch was drauf ist. Wenn ich die alle einmal aus... Schon allein, wenn ich ein Video drehe, wo ich zehn, zwölf Bücher zeige, habe ich gefühlt danach fünf Stunden hier zum Aufräumen. Mag ich nicht. Ich bin immer ganz froh, dass meine kleine Schwester da immer so höchstbereit ist. Der erste Satz ist dann immer, schon wieder an deinem Bücherregal. Was denn jetzt schon wieder? Und dann hilft sie aber total gerne. Das ist immer süß. Dann steht sie immer da mit ihren Büchern und sagt, wo muss das jetzt hin? Lisa, hier ist noch ein Funko. Nee, den Funko fasse ich nicht an. Du hast gesagt, der geht kaputt. Oh, süß. Ich habe auch eine Freundin, die macht das total gerne. Und manchmal machen wir das dann hier. Also manchmal, einmal im Jahr vielleicht. Aber manchmal. Also ich würde jetzt auch nicht immer. Also nee, einmal hier die Umräumeaktion von Normal-Shelf auf Rainbow-Shelf, sage ich jetzt mal. Das hat vier Tage gedauert. Also natürlich war ich tagsüber arbeiten und konnte nur abends, aber nee. Nee. Ich kann das nicht machen. Nee. Was haben wir denn hier noch? Lukas fragt, wie gut Bookshelf-Touren ankommen. Ich muss tatsächlich sagen, ich dachte besser. Das soll nicht arrogant klingen, aber ich dachte besser. Es gibt Videos, zum Beispiel so XXX-Hall-Videos, die deutlich besser ankamen als Bookshelf-Touren. Und dann war ich enttäuscht, weil so eine Bookshelf-Touren zu drehen ist mir scheiß Arbeit. Ey, das ist aber echt so, ne? Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich bin jetzt niemand, der so extrem immer darauf guckt, so und so viele Aufrufe sind es. Ich meine, klar, ich freue mich, wenn es viele sind, aber wenn es jetzt nicht so viele sind, versinke ich jetzt nicht hier irgendwie in Trauer und denke mir, oh Gott, keiner kann mich leiden, sondern dann denke ich mir, gut, dann hat es halt nicht so viel interessiert. Aber Bookshelf-Touren, das drehe ich tatsächlich auch nicht gerne. Das ist tatsächlich was, das macht mir keinen Spaß und das mache ich auch nur, weil die Community sich das immer wünscht. Und dann habe ich ganz viele Einzelne gemacht, weil sonst, dann will man ja auch immer was dazu gesagt bekommen, weil einmal habe ich eins über alle Regale gemacht und habe halt immer nur das Buch gezeigt. Das war so, eine Schweinearbeit ist zu schneiden und dann kam, na, hättest du ja mal lieber noch mehr dazu sagen können. Und ich so, zu tausend Büchern auf einmal in einem Video, wie lange wollen wir hier sitzen? Und dann dachte ich, okay, Lena, sei nicht so eine Zicke. Machst du nochmal, machst du jedes Regal einzeln und sagst dann auch was dazu. Das haben nicht so viele Leute geguckt, wie ich gedacht hätte. Aber eigentlich kommen sie an sich schon gut an. Vor allem die erste, glaube ich, kommt gut an. Oder? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, bei mir war es die erste Jugendbuch-Tour. Ich kann nicht mehr so sagen. Ich weiß nur, dass es mich halt geärgert hat. Also über lange Frist hinweg, würde ich sagen, es ist eines der meistgeklickten Videos, aber so für die erste Woche oder so, die es online ist, ist es eher... Und ich weiß nicht, ich habe meins Ostern gedreht. Ich habe Ostern angefangen und dann hat es mir, also ich habe hier ja ein schmales, dann habe ich hier hinter mir das Breite hier und dann kommt ja hier, mein Arm sieht man nicht, hier wieder eine schmale. Und bei dem Breiten hinter mir hat es einfach aufgehört zu filmen. Ich weiß nicht wieso, da war die Speicherkarte überlastet. Und da habe ich auch Lena geschrieben, Lena, das Video ist weg. Und Lena, mach es jetzt sofort, sonst machst du es nie. Ja, ist so. Und ich saß ungelogen, ich glaube, vier Stunden vor meinem Büchregal. Teilweise lag ich unten auf dem Boden und habe die Kamera so gehalten und habe dann unten das Buch rausgezogen und da habe ich mir so, nee, nee, so schnell mache ich das nicht wieder. Vielleicht über Weihnachten, dann nochmal über die Rainbow Shelf. Aber alle Angaben ohne Gewehr. Ja, es ist halt echt eine Schweinearbeit, vor allem, weißt du, bei mir ist ja so, ich kann ja mal kurz hier, warte mal, jetzt sehe ich ja nicht, was ich hier tue. Ja, jetzt sieht man das oberste. Es geht bis unter die Decke, also es ist kein normal hohes Regal, sondern da sind pro Regal ja nochmal zwei Bretter extra, ja. Du hast diese Aufsätze, ne? Genau, ich habe diese Aufsätze. Ich stehe da nicht, ich bin ja auch klein, ich stehe auf einer Leiter und ich komme trotzdem nicht an das letzte Regal, also ich kann ein Buch rausnehmen, das ist kein Problem, aber du brauchst ja auch irgendwie Licht. Das darf niemand hier sehen, wie ich auf dieser Leiter, in der einen Hand habe ich dann hier meine Softbox und in der anderen die Kamera und balanciere dann da rum. Ja, das hat aber auch keiner vergessen. Du kommst ja nicht mal mit einem normalen Stativ so hoch wie beim normalen Bücherregal. Also selbst ich musste ja meine Kamera komplett schwenken und auf die höchste Stufe von meinem Stativ hochdrehen, dass ich überhaupt das oberste Regalbrett gesehen habe. Ja. Ja, das ist, dann haben wir ja doch was gefunden, was wir nicht gerne drehen. Ja, stimmt. Irgendwer hatte vorher auch noch gefragt, wie wir auf unsere Namen gekommen sind. Ich finde nur das Kommentar nicht mehr, aber das wollte ich auch erzählen. Lena, fang doch mal an. Ich habe, ich wollte unbedingt was haben, was Harry Potter related ist, wo eben das Wort Book drin vorkommt. Und dann habe ich überlegt und ich liebe halt den Spruch Expecto Patronum und es war dann einfach in meinem Kopf, also es war dann einfach so, oh ja, ich nenne mich Expecto Booktronum. Also ich habe da auch nicht lange drüber nachgedacht. Und dann hieß ich halt so. Und das Ding ist, dass ich den YouTube-Kanal, also den Account sozusagen, habe ich seit 2011 oder so. und da hieß ich Mrs. Trottelchen. Das zeigt es heute noch an, manchmal. Das zeigt es heute in der URL manchmal noch an, obwohl ich das schon fünfmal umgeändert habe, sogar schon mit einem Mitarbeiter von YouTube zusammen und trotzdem zeigt er das manchmal an. Deswegen denken manche dann zuerst, okay, heißt sie jetzt aber so. Und ich sage, nein. Ja. Und du? Ja, bei mir war das so. Und du? War mit beteiligt. Ja, also bei mir war es ja so, dass ich gesagt habe, ich hätte gern was mit Rubin Roth wegen der Edelstein-Trilogie, wo ja der erste Band so heißt, den fand ich ja richtig, richtig gut. Und der hat mich auch so ein bisschen wieder zum Lesen gebracht, als ich so 20 war. Und dann wollte ich irgendwas, womit die Leute mich halt verbinden. Und das war irgendwie halt die Haarfarbe. Also, auch wenn sie gefärbt sind, sie sind halt immer Kupfer und da wollte ich halt irgendwie was Passendes und irgendwie ist dann Ruby Red Books raus geworden. Wir haben es auch ein bisschen umschambiert, ne? Wir hatten auch überlegt, ob wir Red Wood Love Books oder sowas nehmen und dann haben wir gesagt, nee, also ich spreche mit Absicht von wir, weil Lena und ich ausgetüftelt haben, wie ich heißen soll. Weil damals diese Red Wood Love Reihe so gehypt wurde. Die kam da gerade raus mit dem Kiss Verlag und so weiter und so fort. Und dann haben wir gesagt, nee, das ist blöd. Das stimmt. Und ganz viel haben wir schon gesagt, dass sie ihn gut finden, weil man den so schön, der klingt halt schön. Der klingt auch schön. Ich persönlich wollte halt nichts, wie halt schon, keine Ahnung, jetzt nicht böse gemeint, aber schon 800 Instagrammer in abgewandelter Form heißen. Also, Lisas Bücherregal oder Lisas, ja, irgendwas. Lisas Bücherwurm oder, ich weiß nicht, das gibt es halt schon so oft und dann hat man ja oft irgendwelche Zahlen da dran und das wollte ich halt nicht. Ich wollte was, was niemand hat. Verstehe ich total, ich auch. Ja. Was natürlich nicht heißen soll, dass Lisas Bücherecke oder so jetzt ein Blödernamen ist, aber man will irgendwie so was Eigenes. Ich muss mal kurz mein Kabel hier irgendwie ranholen. Der Stecker ist zu kurz, Mann. Also, wenn einer hinter mir dieses Kabel-Chaos sehen würde, der würde auch denken, ich habe ein Rad ab. Also, hier liegt einmal die Verteiler-Steckdose für Buch, also, für das Licht und für den Laptop und dann habe ich hier noch das LAN-Kabel mit Umverteilungsbuchse, damit es in den Laptop passt. Ich hatte hier... Damit das Internet gut genug ist und ich nicht ungefähr irgendwie so spreche. So. Bin mal kurz zur Seite gewandert. Was ich auch noch eine gute Frage fand, die kam auch, als ich bei Insta nach Fragen gefragt habe, relativ oft, mit welchem Programm wir schneiden und bearbeiten und so das erste Equipment sozusagen, was man haben sollte oder wie auch immer, wenn man anfängt, Videos zu drehen. Soll ich mal sagen, wie es bei mir war? Also, ich hatte damals ein... Beziehungsweise habe ich immer noch... Damals? Naja, ein MacBook, was ich von meinem damaligen Job, wo wir ja alle rausgeflogen sind, weil die pleite gegangen sind, habe ich relativ kostengünstig ein MacBook geschossen. Und da habe ich mir da ein iMovie runtergeladen, weil es hat halt nichts gekostet und wurde, als ich gegoogelt habe, ja, habe ich es dann halt genommen so, weil es sollte gut sein. Ist auch super intuitiv, also es ist total einfach zu bedienen. Deswegen, ich schneide mit iMovie und ich hatte eine Action-Kamera von meinem Freund zum Drehen am Anfang, deswegen auch diese Frischauge-Optik. Aber wenn wir mal ehrlich sind, heutzutage sind ja Handy-Kameras auch meistens schon relativ gut, selbst wenn man vielleicht ein älteres Handy hat, kannst du ja auch mit dem Handy sonst drehen. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass sich jeder, der Videos machen will, gleich irgendwie die krasseste Kamera kaufen soll, auf gar keinen Fall. Das ist es ja auch immer, ja, also ich muss ja, also ich habe halt so einen leicht perfektionistischen Hang. Ich meine, gut, die Softboxen hatte ich hier für die Instagram-Fotos sowieso schon. Gerade im Winter hat man die halt auch für die Bilder gebraucht, weil es einfach schon zu dunkel war. Und ich habe mir dann eine Systemkamera gekauft, weil ich einfach, das ist aber halt auch meine einfache, also das ist meine eigene Dummheit vielleicht auch. Ich wollte das so. Ich wollte eine vernünftige Kamera mit schwenkbarem Bildschirm, damit ich sehe, wie sitze ich, was sieht man, hell, dunkel, wie auch immer. Ja, das war mir halt wichtig. Aber brauchen tut man das nicht. Also, ich weiß zum Beispiel, Jess von Miss Nerdstagram hat am Anfang auch mit ihrer Handykamera gefilmt und das hat man nicht gesehen. Das siehst du ja auch nicht. Wenn du ein iPhone zum Beispiel hast, ein einigermaßen neues, sage ich mal, was jetzt nicht schon zehn Jahre alt ist, du hast eine mega gute Kamera. Also ich kenne mehrere Leute, die immer mit dem Handy die Videos drehen. Ja, sie auch, wie gesagt. Die teuerste Kamera bringt einem nichts, wenn man sie nicht einstellen kann. Das stimmt. Es ist so. Ja. Also, das ist, äh, ja. Das ist genauso wie mit dem Schnittprogramm. Ihr müsst euch nicht das Schnittprogramm für 150 Euro kaufen, weil das hat nachher so viele Features, dass ihr überhaupt nicht wisst, wo oben und unten ist. Ja, und ich finde halt auch irgendwie, bevor man wirklich super viel Geld für irgendwas ausgibt, sollte man erst mal gucken, macht mir das Spaß? Bleibe ich da auch dran? Ja. Und dann kann man das ja nach und nach machen. Also, ich hatte mir, nachdem ich da mein erstes Video, wo ich knallrot war und kein Licht hatte, habe ich gesagt, gut, ich investiere jetzt halt 20 Euro und kaufe mir so eine Softbox, weil für irgendwas kannst du es immer gebrauchen. Selbst wenn du dann halt sagst, ah nee, das macht mir doch keinen Spaß, kannst du es halt für Fotos irgendwie nehmen. Ähm, aber eine eigene Kamera habe ich mir erst letztes Jahr gekauft, beim Black Friday. Davor habe ich mir von meiner Schwester eine geliehen. und ich mache das schon vier Jahre. Also, es geht schon auch irgendwie anders. Es ist dann halt vielleicht nicht ganz schön, wie es sein könnte, aber für einen Anfang. Und ich finde, man muss ja auch sagen, diese Systemkameras, die gibt es ja noch gar nicht so lange, die sind ja nicht so teuer, wie so eine Spiegelreflexkamera. Ja, das stimmt. Und gerade, also, wenn ihr wirklich überlegt und dann vielleicht doch auch so einen perfektionistischen Hang habt wie ich, dann kann man ja gerade am Black Friday oder an irgendwelchen sagen, was Cyber Monday und was es da nicht alles gibt, kann man ja auch Schnäppchen schlagen. Total. Und man kann ja auch, also meine Kamera, die hätte es auch noch mit anderen Objektiven gegeben, dann hätte die halt gleich das Doppelde gekostet. Da habe ich halt erst mal drauf verzichtet. Ja. Ja. Also, okay, fassen wir nochmal einmal kurz zusammen. Irgendwas, womit man filmen kann. Ein Licht ist schon nicht. Ein Licht, selbst wenn es so eine Schreibtischlampe ist. Ein Licht und halt irgendein Schleppchen. Wobei ja so eine Softbox nicht teuer ist. Nee, das stimmt. Das stimmt. Und was auch viele machen, die zum Beispiel ein iPad haben, die schneiden mit iMovie auf dem iPad. Ja, oder man macht halt als erstes Video etwas, wo man nicht schneidet. Ich habe damals mein erstes Video extra am Stück gedreht, weil ich nicht wusste, wie man schneidet. Aber ich bin auch nicht so ein Perfektivist. Ich bin eher so ein Aktionsmensch. Also ich bin in manchen Situationen schon sehr perfektionistisch, aber ich bin eher so eine, ich habe eine fixe Idee und dann mache ich das. Deswegen habe ich auch schon sämtliche Haarfarben irgendwie gefühlt oder sonst was und habe es hinterher bereut. Inzwischen bin ich da auch besser geworden. Zum Glück kennt keiner meine Phase zwischen 14 und 17. Man kommt da rein und das Schöne finde ich, man kann sich ja eben auch mit anderen darüber austauschen. Wenn du Leute fragst bei Booktube oder auch bei Bookstagram, die Leute helfen dir. Ich habe schon so viele Leute Ich habe damals auch Elle von The Book Elle angeschrieben und habe gesagt, du, wir haben uns auf der Buchmesse unterhalten, also jetzt würde ich wirklich gerne, ich habe auch ein MacBook so wie du, wie geht das denn? Und das war dann ganz süß, weil Yannick, ihr Freund hat dann quasi gefilmt, wie sie schneidet, damit ich einfach mal check, wie man überhaupt schneidet. Und ich habe am Anfang das erste Video halt auch ewig gedauert. Lasst euch davon bitte nicht entmutigen. Irgendwann nicht. Also das dauert einfach mal kurz und jetzt habe ich mir mittlerweile halt auch eine zusätzliche Maus gekauft, auch wenn das Touchpad vom MacBook echt gut ist, aber ich finde einfach, dann kann man besser arbeiten. Ja. Ja, es hat auch vorhin jemand oben, glaube ich, gefragt, ich suche es gerade noch, aber so ungefähr, wie lange es halt pro Video durchschnittlich so dauert, also wie lange dauert schneiden, wie lange dauert drehen, wie lange dauert es sozusagen, bis ein Video wirklich online ist. Boah, ich würde pauschal sagen, schon zwei Stunden. Ja, ich finde immer, es kommt darauf an, was man halt für ein Video macht. Ich finde es voll schwer zu sagen, weil wenn man halt ein Video hat, wo man nicht so viel Schneideaufwand hat, dann... Es kommt auch darauf an, wie man damit klarkommt, oder? Also wie man an dem Tag drauf war, wie viele Versprecher hat man, wie viel... Ja. Nicht mal Fehlinformationen, aber wie viel sagt man, wo man sich im Endeffekt denkt, das ist zu viel, oder das kann ich noch nicht sagen, oder darf ich nicht sagen, das wäre ein Spoiler oder so. Das ist ja manchmal ja in dem Moment gar nicht bewusst. Ja. Oder? Geht es dir auch manchmal so? Ja, also ich muss sagen, ich habe inzwischen, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen arrogant an, aber ich habe inzwischen beim Drehen zumindest meistens eine Routine, wo ich wirklich weiß, okay, ich habe, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Tag mache, ja, so wie unseren, den wir da, also so ein Video, okay, ich weiß, ich habe zehn Fragen und ich suche zehn Bücher raus, dann überlege ich mir ja ungefähr, okay, was will ich sagen und dann drehe ich das sozusagen so ab, ich gehe auf die erste Frage ein, mache kurz eine Pause, gehe auf die zweite Frage ein und verspreche mich meistens auch gar nicht so oft oder wenn es nur so kleine Sachen sind, lasse ich die ja drin und lache dann und sage, so und dann geht es relativ schnell zu schneiden, weil wenn du diese Videospur hast, ja, so ein langes Detailteil, hast du unten ja auch die Audiospur. Ja, stimmt, dann siehst du es auch gleich. Wo die akustische Pause ist und dann geht es relativ gut. Wenn man aber zum Beispiel, was ich mir überlege, was ich sagen will, das mache ich zum Beispiel gar nicht, ich suche mich dann, also wenn ich zum Beispiel die Lesung und habe, dann lege ich mal die Bücher hin und rede einfach drauf los. Ja, das mache ich auch, also ich schreibe mir jetzt das nicht auf oder formuliere mir das im Kopf vor, gar nicht, aber wenn man so einen Tag macht oder halt, zeig ein Buch das und du suchst dir die Bücher raus, dann kommen ja automatisch Gedanken in deinen Kopf und das meine ich nur da. Ja, okay. Ja, das dann schon. Hier wurde gefragt, mit was wir schneiden. Wir schneiden beide mit iMovie. Genau. Was hier auch noch, ja, sorry. Ich weiß auch gar nicht, was es bei Windows gibt, da bin ich komplett raus. Ich weiß, dass es da unterschiedlichste Möglichkeiten gibt. Windows Movie Maker, es gibt, ähm, man kann mit Adobe doch auch irgendwie was schneiden, dann gibt es doch Final Cut und sowas alles. Es sind halt kostenpflichtige Sachen, also Windows Movie Maker nicht, aber die anderen, muss man sich halt überlegen, wie viel man da ausgeben will, aber wenn du halt ein teures Schnittprogramm hast, hast du natürlich auch noch mehr Effektmöglichkeiten, ne? Also, aber ich finde iMovie echt gut. Also, man kann akustisch Sachen reinpacken, man kann das alles machen. Es wird gerade gefragt, hey, was habe ich bisher verpasst? Ganz viel. Nein. Kurzzusammenfassung. Lena, wie fassen wir das zusammen? Ich weiß es nicht. Wir haben Fragen beantwortet zum Thema Booktube und, ähm, wie wir so angefangen haben, was wir für Tipps haben. Ja. Wie gesagt, noch jemand, Da Vinci ist kostenlos als Schneideprogramm. Alice im Bücherballand fragt auch, wie oft im Monat wir drehen und ob wir feste Drehtage haben. Oh, das hat sich bei mir in den letzten Jahren echt, ähm, sehr verändert. Wie ist es bei dir? Bitte erst mal kurz. Ähm, also bei mir ist es so, dass ich immer samstags drehe, samstags vormittags. Ja, einfach aus, äh, einfach im Grund, dass ich es unter der Woche nicht gewacken kriegen würde. Das wäre mir zu viel Stress. Äh, und ich, oh, das klingt jetzt richtig doof, aber, ähm, ich habe Freitagabend Training, das heißt, ich muss mir samstags eh die Haare machen. Ja. ja, frisch geduscht und dann nur noch ein bisschen Schminke und dann passt das schon. Und ich drehe meistens dann schon immer gleich so drei, vier Videos. Einfach damit ich auch mal für schlechte Zeiten welche im Petto habe. Also es gibt jetzt auch immer noch Videos, die sind vom Sommer, ähm, Text zum Beispiel oder irgendwelche Top 5, was weiß ich was. Die hebe ich mir dann halt auch mal auf für Zeiten, wo ich Urlaub habe, wo ich keine Zeit habe, wo es mir nicht gut geht oder wenn einfach mal das Leben dazwischen kommt. Ja. Ich habe das früher, am Anfang habe ich es halt echt so gemacht, dass ich jede Woche Videos gedreht habe, die dann fertig gemacht habe und dann zum Beispiel, also ich habe früher ja immer ein Video die Woche gemacht, immer samstags. Mhm. Und dann habe ich halt auch jede Woche sozusagen für dieses Video dann gedreht. So. Immer wenn es halt gepasst hat, meistens abends, ähm, nach der Arbeit oder ich hatte ja halt am Anfang, als ich mit YouTube angefangen habe, hatte ich ja Schichtdienst und hatte eben auch Spätschichten, wo ich halt erst um 15, Uhr arbeiten musste. Dann habe ich halt zum Beispiel vorher einfach gedreht und bin dann halt zur Arbeit. Ähm, das ist halt aber, was man, was man immer unterschätzt ist, es macht einem ja Spaß, das ist das Hobby und so, aber trotzdem hast du ja einen zeitlichen Aufwand damit und es ist ja was anderes, ob du jetzt auf der Couch sitzt und liest oder ob du sagst, ich drehe jetzt zwei Stunden Videos, schneide die jetzt noch zwei Stunden, mache noch dies und das schön und dann gehe ich nochmal acht bis zehn Stunden arbeiten so. Ähm, bei mir ist es inzwischen so, dass ich schaue, dass ich den Monat wirklich bestenfalls schon mal vorplane, was für Videos ich haben will und dann setze ich mich auch an einem Tag hin und drehe mehrere am Stück. Ich achte natürlich dann auch immer darauf, weil meine Schwester mir gesagt hat, ich soll das bitte tun, auch mal was anderes dann anzutreiben, also dann habe ich den Pulli an, dann mache ich damit zwei Videos, dann drehe ich zwei weitere Videos im schwarzen T-Shirt oder so, ähm, ja und meistens dann wirklich am Wochenende. Worüber lachst du? Ich drehe euch mal ganz kurz, Moment mal, ich weiß nicht, ob man das sieht, ich hoffe, ja, hier liegt der Klamottenberg vom letzten Video Drehmach und ich schreibe mir dann auch immer auf, welches T-Shirt ich für welches Video hatte, weil wenn ich dann quasi fertig gedreht habe, dann laufe ich zu meinem Freund ins Büro und sage, wir können jetzt Fotos machen, weil er dann aber die Fotos für meine Thumbnails machen muss. Sehr gut. Ja, naja, man will ja nicht einen Monat lang in jedem Video den gleichen Pulli irgendwie anhaben, aber man schafft es halt ja auch nicht, jeden zweiten, dritten Tag irgendwie was zu drehen und ich finde auch immer, wenn man gerade so drin ist, dann macht es einem ja auch richtig Spaß und dann, ja. Ist auch einfacher, dann ist man so im Flow drin, finde ich. Und ich bin auch immer so, das erste Mal, wo ich mich hinsetze und sage, hi ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, da kommt mir so blöd vor und beim zweiten, dritten Mal läuft es dann. Ja, das stimmt. Jette fragt noch kurz, was ich trainiere. Ich gehe ins Rope Skipping, also ins Seil springen. Ganz schön anstrengend. Das glaube ich dir sofort. Ich glaube, wir haben jetzt gerade alle Fragen, die zu Booktube waren, erstmal beantwortet. Habt ihr noch andere Fragen? Ich würde sonst sagen, wir können ja ab jetzt sonst auch sagen, jetzt kann alles gefragt werden, was halt gefragt werden will. Ich hatte hier noch, irgendwo hatte ich gerade noch was gefunden, wo wir noch nichts zugesagt haben. Wo ist das denn jetzt, Mensch? Ach so, was für uns ausschlaggebend war, Videos zu machen. Vielleicht können wir das noch beantworten und in der Zeit können ja alle, die möchten schon mal andere Fragen stellen, zu allem, zu uns Privatfragen, zu Büchern, zu allem möglichen, was einem so einfällt. Was war ausschlaggebend? Lena, Lena schuld. Ich weiß es gar nicht. Erst hast du ja mit Bookstagram angefangen. Ja, genau. Und das habe ich aber auch nur quasi so mehr oder weniger auf Lenas Zureden gemacht. Lena ist meine Social-Media-Mama. Und das hast du aber zu ihm gesagt. Ja, ich fand das immer cool und ich muss ehrlich sagen, also mir macht Instagram total viel Spaß, aber ich finde, sehr, also ich tue mich manchmal schwer, das in Worte schriftlich festzuhalten. Also ich hoffe, das ist irgendwie verständlich. Und deshalb habe ich mich dazu entschieden, Videos zu machen, weil da kann ich reden, wie ich will. Also, dann kann ich das sagen und dann kann ich das vielleicht auch nochmal erklären. Das ist ja beim Schreiben immer schwieriger. Ja. Lena, was war bei dir ausschlaggebend? Also ich habe 2011, glaube ich, extrem angefangen, YouTube-Videos zu gucken, alles Mögliche, sei es Beauty-Kram, sei es Bücher-Videos, alles Mögliche. Und ich habe damals immer mit meiner besten Freundin mir gegenseitig so Videos gemacht. Also nicht jetzt bei YouTube hochgeladen, sondern wir haben uns das mal auf so einen USB-Stick gegeben, über Schminke, über Bücher, über unser Leben, alles Mögliche. und habe gemerkt, dass mir das eigentlich richtig Spaß macht. Und ich habe dann immer so The Sarah Story geguckt und den habe ich dann noch geguckt. Wie hieß die denn? Chocolate Pony? Nee, wie hieß die denn? Die macht, glaube ich, keine Videos mehr. Kenne ich nicht. Den Namen vergessen. Ja, so ganz viele Booktuber, die halt jetzt zum Teil auch gar nicht mehr aktiv sind. Und da dachte ich mir, oh, das willst du eigentlich auch machen. Aber ich hatte einfach 2011, da war ich 20, ich hatte dieses, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen Selbstbewusstsein noch nicht, mich vor die Kamera zu setzen und das zu machen, weil ich da noch zu viel auf das gegeben habe, was andere darüber denken könnten. Dann habe ich einen Blog Ja, das ist bei mir genauso gewesen, glaube ich. Ja, also weiß ich nicht. War irgendwie noch so eine große Unsicherheit da. Und dann habe ich einen Blog gehabt. Das war, also es hat mir Spaß gemacht. Es hat sich, glaube ich, kein Buch durchgelesen. Über Bücher. Und auch einen über Schminke. Oh. Und dann, ja, hatte ich ein Jahr lang bei einem digitalen Jugendmagazin gearbeitet, wo wir ja eben auch viel über YouTuber und so berichtet haben. Und da habe ich so eine Lesesparte aufgebaut. Und dann hatte ich mit Verlagen und so ja auch was zu tun und dachte mir so, so what, jetzt mach halt einfach mal. Und dann habe ich einfach angefangen. Ja. Jetzt sind noch mal ein paar Fragen eingetrodelt und Jette hat auch gefragt, wegen den Fragen, die sie mir auf Instagram geschickt hatte. Das waren, was bei eventuellen Einnahmen zu beachten ist. Also ich glaube, in dem Fall würde ich auch einfach sagen, kläre das mit dem Steuerberater und mit einem Rechtsanwalt, weil alles, was ich weiß, ist einfach nur angelesenes Wissen, wovon ich auch nicht, also ich bin kein Jurist, ich bin kein Steuerberater, ich möchte hier nichts Falsches sagen. In Gewerbe muss man melden und mehr kann ich dazu auch erst mal nicht sagen. Möchte ich auch nicht, nicht böse gemeint, aber ich möchte mich nicht in irgendwelche Nesseln setzen. Ja. Also, ich habe ein Gewerbe angemeldet, vor zwei Jahren, glaube ich. Und du machst dann halt eine Steuererklärung für dieses Kleingewerbe, also ein Kleingewerbe habe ich angemeldet. und im Endeffekt hast du ja am Anfang vor allem auch viele Ausgaben, ja, sei es die Kamera, sei es rein theoretisch auch Bücher, das ist halt so, wie man es so sagt. Es heißt ja nicht, dass du das Geld komplett zurückkriegst, ne? Also jetzt nicht falsch verstehen, du kriegst jetzt nicht 500 Euro für eine Kamera wieder, so ist es nicht, aber du hast halt eine Einnahmen- und Ausgabenrechnung oder so, aber da muss sich da muss sich jeder selber bitte informieren, weil wie Lisa sagt, wir haben darüber vorhin halt auch schon zu zweit gesprochen, wir wollen uns da nicht in die Nesseln setzen oder irgendwem eine falsche Info mitgeben und dann heißt es, die beiden haben das gesagt. Gewerbe muss man nicht von Anfang an anmelden, sobald du aber auch nur einen Cent damit verdienst, musst du es anmelden, so habe ich es zumindest verstanden, weil Jette das gerade gefragt hat. Oder sagen wir mal, ich habe es zumindest nicht gemacht. Ob das falsch ist, weiß ich nicht. Aber ich habe es erst gemacht, als ich wusste, okay, ich verdiene jetzt wirklich damit auch Geld. Die Frage ist halt, also klar Geld, die Frage ist aber auch, und das ist auch alles ohne Angaben, also ohne Gewähr, inwieweit ein Rätiexemplar als Einnahme deklariert werden muss, kann, soll, wie auch immer. Deswegen können wir hier nicht mehr dazu sagen. Ja. Genau. Ja, und das Ding ist ja auch, guck mal, ich habe am Anfang, ich glaube, wenn überhaupt, in den ersten zwei Jahren, ich glaube, ich hatte drei oder vier Rätiexemplare, der Rest waren alles selbstgekaufte oder ausgeliehene Bücher, plus wenn du damit, also ich habe ja auch keine Werbung oder so geschaltet, das habe ich ja erst später dann gemacht. Genau. Was schätzt ihr, wie lange ihr noch Videos machen möchtet, beziehungsweise aus welchen Gründen könntet ihr euch vorstellen, mit den Videos aufzuhören? Ich hoffe, ihr bleibt noch lange dabei. Oh. Also, ich weiß nicht, woran man das festmacht. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, also ich könnte mir vorstellen, was aber auch nicht in Planung ist, wenn irgendwann mal irgendwie, keine Ahnung, Schwangerschaft ansteht, dass man dann keine Zeit mehr dafür hat oder das dann seltener kommt. Ich habe keine Ahnung oder vielleicht verliert man auch irgendwann die Lust oder es wird einem zu stressig. Bis jetzt denke ich nicht, darüber nach aufzuhören. Ja. Minkin, wie sieht das bei dir aus? Also, ich habe auch so direkt gedacht, okay, wahrscheinlich, wenn man wirklich ein Säugling zu Hause hat, wird es am Anfang schwer. Ich kenne ja aber auch Leute, die machen das halt trotzdem und kriegen es auch hin. Ich würde immer dann aufhören, wenn ich merke, es macht mir keinen Spaß mehr oder es ist mir wirklich zu viel. Also, ich meine, ich sage es mal so, ne, wir haben ja nun auch beide einen Job, einen Hauptjob. Da ist bei mir ganz oft, geht alles drunter und drüber, ja, sodass ich denke, oh Gott, wann soll ich eigentlich die Zeit finden, jetzt noch Videos zu drehen? Aber wenn man es halt wirklich möchte, dann schafft man das halt auch. Ja, na klar. ohne, dass es einen halt belastet, wisst ihr, wie ich meine? Man würde dann vielleicht auch erst mal die Anzahl der Videos reduzieren, weil ich nicht, also wenn es wirklich am Zeitaspekt hängt, dass man sagt, okay, man macht nur noch ein Video die Woche statt zwei, wie bisher, oder man macht nur noch alle zwei Wochen ein Video, oder. Ja, aber ganz aufhören könnte ich mir überhaupt gar nicht irgendwie jetzt momentan vorstellen, auch nicht für die nächsten Jahre, auch nicht mit Kind, ich kann mir das nicht, also irgendwann ist es soweit, bestimmt, ne, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Wobei du das ja auch nicht sagen kannst, es gibt ja auch viele Booktuber, die ja mit, also gut, ich meine mit 27 über anderen zu sprechen, die mit dem Leben stehen, mit 27 stehe ich wahrscheinlich auch schon mitten im Leben für andere, aber, ne, die keine Ahnung, ich sage jetzt mal Mitte 40 sind, Kinder haben die, keine Ahnung, zwischen 10 und 15, die machen das auch immer noch. Ja. Ja, also ich meine ja auch jetzt gar nicht nur irgendwie ein Baby oder so, ich meine halt generell ein Kind, dann hast du vielleicht erstmal eine Phase, da hast du dann eben andere Prioritäten. Ja. Oder du sagst, ne, ich brauche gerade dann eben, weiß ich, einmal in der Woche, zwei Stunden für mich hier Videos machen, kann ich nicht einschätzen, ich habe kein Baby, also ich weiß es nicht, so. Die Frage ist ja auch, wie viel liest man dann noch, kommt man zum Lesen, wie viel hat man dann noch, zu erzählen? I don't know. Könnt ihr euch mal zu Buchcovern schminken? Also da bin ich leider raus, weil schminken, da bin ich eher so unterwegs. Ja, da haben wir mal probieren. Ich bin ganz schlecht im Schminken. Du müsstest mal, ich weiß, dass ganz viele auf Instagram das als Real machen. Du müsstest mal nach Berlin kommen und dann laden wir uns Bianca ein von Bibi Bücher. Dann kann die uns hier so ein Bodypainting und Schminke und so machen. Und wir den passen mit Fingernägeln und so. Mit den passen mit Fingernägeln. Das werde ich immer fragen, ob sie darauf mal Bock hat. Gut, dann mache ich das nächste Mal Urlaub bei dir, Lena. Lest ihr englische Bücher? Ich glaube, das werden dann wieder euer Ansprechpartner, weil auch in Englisch bin ich eher so gewandert. Es wird ja nach einfachen Büchern auf Englisch gefragt. Also was ich sehr einfach zu lesen fand, war Wonder. Also das heißt auf Deutsch Wunder, dieses Buch. Weil es eben aus der Sicht von einem Kind geschrieben ist, beziehungsweise von verschiedenen Perspektiven aus ist es geschrieben. Aber es ist, finde ich, sehr einfach formuliert. Also ich finde, man kann es gut lesen, auch wenn man jetzt nicht perfekt im Englischen ist. Ich überlege gerade, ich würde, wenn ich anfangen möchte, auf Englisch zu lesen, würde ich dazu raten, eher Kinderbücher vielleicht auch zu lesen. Oder jetzt ja nicht für Kleinkinder, sondern für Zehnjährige, Zwölfjährige oder so. Vielleicht auch, das man auf Deutschland kennt. Oder das. Ich überlege gerade, ich habe jetzt auch gerade hier nichts parat, wo ich sage, das und das muss hier jetzt irgendwie, also was ich auch total gerne auf Englisch lese, sind so Persönlichkeitsentwicklungsbücher tatsächlich. und Lisa so, was? Was? Ich bin froh, wenn ich zu unseren LKW-Fahrern, die nicht deutsch sprechen, ins Büro kommen, sagen kann, dass sie die Treppen wieder runter müssen und schließe man hoch. Nee, also ich finde, es kommt immer darauf an, wie es geschrieben ist. Du hast ja zum Teil, zum Beispiel Fantasy-Geschichten, wo viele auch erfundene Wörter drin sind und wenn dazu dann noch ein sehr ausschmückendes Vokabular mit drin ist, dann sitze ich auch manchmal da und denke mir, oh, und ich lese ja auch nicht so viel auf Englisch, wie jetzt andere so, aber ich finde so, also gerade lese ich eins auf Englisch, das heißt How Successful People Grow von John C. Maxwell und also wenn ich das lese, fühle ich mich so, als würde ich es auf Deutsch lesen. Das empfindet ja aber auch jeder anders. Ja. Ey, ich muss jetzt mal, ich muss jetzt mal richtig unhöflich sein, ich muss seit einer halben Stunde so dringend pinkeln, ich gehe mal ganz schnell, ja, und dann kannst du ja schon mal beantworten, was ich mache. Ich mache mir den Pausen, ich schaffe es nicht mehr, es tut mir leid, das ist immer meine größte Sorge vor den Livestreams, dass ich pinkeln muss und jetzt ist es soweit, aber es ist jetzt so, ich komme sofort wieder, es tut mir leid. Ich übe mich derweil alleine am Livestream, ist vor allem gefragt, was ich beruflich mache. Ich bin gelandet Bankkaufbau und arbeite jetzt in einem Groß- und Außenhandel für Edelstahlrohre. Und die Ware kommt meistens aus Italien und die Lkw-Fahrer sprechen halt leider selten Deutsch. Genau, deswegen muss man denen auf Englisch erklären, wo sie hinbissen und setzt, das ist manchmal schwierig. Ich gucke mal, was ich noch für Fragen finde. Lasst mich nicht hängen, Leute, bitte. Achso, vorher war die Frage, was ich wegen dem Algorithmus gemeint habe und zwar finde ich, auf Instagram hat man ja unterschiedliche Einflüsse für den Algorithmus. Also zum Beispiel sollte man Bilder ja jetzt nicht mehr nur liken, sondern auch speichern, damit die Reichweite der jeweiligen Accounts größer wird und das ist hier auf YouTube halt nicht so. Also wenn du quasi die Liste deiner Abonnenten, also der abonnierten Kanäle anguckst, dann zeigt es dir einfach das neueste Video oben an und das ist ja bei Instagram manchmal nicht so. Also wenn ich manchmal in meinen Feed gehe, dann sehe ich Bilder von vor einer Woche und die von vor einer Stunde werden mir nicht angezeigt. Genau, das wollte ich noch dazu sagen. Wie meine Arbeitszeiten sind. Ich arbeite, hallo, ich arbeite von Montag bis Donnerstag von 7.30 bis 16.45 und freitags vormittags, also sechs Stunden halt, fahre aber eine halbe Stunde in die Arbeit und wieder nach Hause. Deshalb ist unter der Woche Schlechtzeit für Videotraining. Tina, was sind deine Lieblings-Booktuber? Ruby Redbox. Na. Sehr gerne. Ich liebe What Puddy Loves, also Puddy. Die macht ja auch True Crime Videos. Die gucke ich so gerne. Aber das ist immer so ein Zeitfresser. Ja, aber ich mag sie halt auch menschlich einfach unglaublich gern. Ich gucke sehr gerne die Videos von Phil, auch wenn manchmal ja ein bisschen unregelmäßig kommt. aber gucke ich sehr gerne. Ich gucke sehr gerne die Videos von Anna, von Made by Anna und ich finde auch, dass sie eine wahnsinnige Bereicherung für Booktube ist und noch viel mehr Leute die abonnieren sollten. Ich finde es so cool, wie sie ihre Videos schneidet. Super. Ja. Ja, das ist einfach, das ist so, zack, ich liebe dieses zack, 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 so, weißt du? Das kannst du mal schnell einschieben, das Video. Ja, das ist, ich finde, das macht sie auch toll. Ich gucke auch gerne, ähm, oh, wen gucke ich denn noch? Wen guckst du gerne? Ich gucke mal gerade. Ich gucke gerne Lena. Ich gucke auch gerne Partys-Videos, allerdings halt wirklich nur, wenn ich Zeit habe. Also halt dann zum Beispiel statt einem Film oder so oder statt einer Seelen abends. Jessie Melody of Books gucke ich ganz gerne. Oh ja, die gucke ich auch gerne. Witzige Videos. Ihre Videos, wenn du dieses Buch magst, dann liest, finde ich auch immer sehr genial. Da komme ich immer selber nicht drauf. Also bitte erwartet nie von mir so ein Video, da bin ich, glaube ich, zu interessiert. Also ich gucke gerade mir das an, ja, nicht, dass ihr denkt, ich gucke hier irgendwie auf den Boden. Partys Kopfkino, aber da ist jetzt leider etwas still im Moment. Ich gucke gerne Hayley in Bookland, die ist aus Kanada, glaube ich, ist halt auf Englisch, aber die gucke ich auch richtig gerne. Da bin ich halt auch komplett raus. Ich bin echt ein Sprachenlegastheniker. Also es ist wirklich so, ich war in Sprachen nie gut. Ich hatte in der fünften Klasse erstes Jahr Englisch schon eine Fünf im Zeugnis. Ich bin da wirklich einfach nicht begabt drin. Ich war so der Mathe-Genie. Ja. Nein, dann machen wir jetzt lieber deutsche Booktube. Also ich gucke auch sehr gerne Willja. Die kenne ich auch nicht. Die gucke ich auch sehr gerne. Ich gucke gerne The Sarah Story. Oh ja. Ich gucke auch gerne Lea von Liberiario. Oh ja, die schneidet auch immer so cool, finde ich. Ja. Dann gucke ich noch gerne Laura von Zeilenverlieb gucke ich auch sehr gerne. Und dann gucke ich auch gerne Steffi von Lady of the Books. Kennst du die? Die ist von den Kingsianern. Ich bin ganz so unwissend irgendwie. Ich bin immer voll unwissend, weil ich bin gefühlt auf dem Stand von vor vier Jahren noch hängen geblieben, weil ich gar nicht so viel Booktube gucke, wie immer alle denken. Ich habe dafür gar keine Zeit. Also wisst ihr, was ich meine? Ich gucke nicht jeden Tag mir Booktube-Videos an. Überhaupt nicht. Ich gucke manchmal, wenn ich mich abschminke oder mir die Zähne putze, mache ich mir vielleicht eins nebenbei an oder so. Aber ich gucke nicht täglich Booktube. Oder was ich auch gerne mache, ist, wenn ich eine Serie gucke, dann aber keine, also die nächste Folge aber zu lang ist, weil ich dann schon ins Bett gehe, dann gucke ich quasi so Videos noch. Sarah Bow gucke ich auch ganz gerne. Die hat sich auch immer gute Lesetipps. Also ich scroll hier auch gerade durch mein Abo-Dingens. Pia von noch einem Kapitel, falls die noch niemand, also die hatte wohl früher mal einen Account, den kenne ich aber nicht, den hatte sie gelöscht und jetzt hat sie wieder angefangen. Und die macht eigentlich auch immer relativ gute, zackige, kurze Videos. So 10 Minuten oder sowas. Ja. Und wer auch neu angefangen hat, die aber Kameraerfahrung hat, weil sie schon einen Schminkkanal hat, die ich aber auch sehr sympathisch vor der Kamera finde, ist Reading with Maren. Ich will mal gleich hier gucken. Die ist noch neu. Wen ich auch gerne mag, sind Book Friends Forever. Ja, die zwei mache ich eben mit Kindern und Beruf und so, dass die das schaffen, finde ich auch mal faszinierend. So, ich abonniere jetzt erstmal hier Reading with Maren. So. Wenn jemand True Crime übrigens noch gerne mag, hätte ich noch als Tipp Becky mit Doppel K und dann so ein Unterstrich K. Die macht nur True Crime. Ja, wollte ich nur mal kurz gesagt haben. Weil hier gerade die Leute schreiben wegen Book Friends Forever, finden sie so witzig. Ich könnte mich wegschmeißen über diese Rückwärts-Videos. Ich musste so lachen, das letzte Mal, als zum Marity ging. Ich fand das so witzig. Sorry. Ansonsten finde ich, ist es halt immer schwierig, weil es halt auch viele gibt. Also man kennt ja gar nicht alle, kann man ja auch gar nicht. Oh, Miss Nerdsagram möchte ich noch erwähnen. Die liebe Jess. Die macht das auch ganz toll. Die schneidet auch sehr witzig. Also auch mit so Klatschlauten im Hintergrund und so. Das finde ich irgendwie cool, ja. Das kann ich leider nicht. Das guckst du. Doch, das kannst du. Mit iMovie. Ich bring's dir bei. Yay. Haben wir eigentlich jetzt noch irgendeine Frage vergessen? Ich scroll gerade hoch. Was machst du beruflich, Lisa? Das hast du ja schon erklärt, ne? Ja, das habe ich erklärt, während du Pipipause gemacht hast. Ja gut. Ich habe mich auch schnell beeilt. Ja. Haben wir irgendeine Frage vergessen? Ob wir unsere Lieblings-Booktuber in die Infobox packen können? Achso, ja klar, können wir machen. Können wir machen. Aber bitte fühlt sich niemand irgendwie gehatet, weil ich irgendwen vergesse. Ich mache das nicht. Man kann ja gar nicht. Ja, man kann ja gar nicht alle nennen immer. Und da wurde gefragt, ob ich was von Jeffrey Archer gelesen habe. Nein, aber ich kann mich tatsächlich erinnern, dass ich Bücher von ihm schon öfter in der Hand hatte. Aber ich habe noch nie was von ihm gelesen. Falls ihr die Empfehlungen gebt immer hier mit. Das Video wird gespeichert. Die werden immer gespeichert. Das habe ich von Lina gelernt. Ich habe es, ja, wir wollen auch gucken, dass wir es hinkriegen, dass sozusagen Lisa das Video als Datei nochmal speichert, mir schickt und ich es bei mir dann auch nochmal hochlade. Für alle, die halt nicht mitbekommen haben, dass es da ist. Das Gleiche versuchen wir auch mit dem Sieben-Schwestern-Livestream von vor zwei Wochen, dass Lisa den auch bei sich hochladen kann. So. Genau. Gibt es noch Fragen? Zu allem, was euch so einfällt, ne? Also. Alles, was ihr wissen wollt. Also fast alles. Was ist denn das Peinlichste, was dir jemals vor der Kamera passiert ist? Das Peinlichste? Oder was Lustiges? Mir war furchtbar peinlich, als wir das erste Mal die Katze hier auf den Schoß gehopft haben. Ich fand das schrecklich unprofessionell. Aber alle fanden es total toll. Ich finde auch toll. Dass es wo sie hier lag. Ja, ich weiß nicht, vorher ist es hier auch mal rumgelaufen. Ich weiß gar nicht, wo er gerade ist. Ich kann ihn mal kurz holen, wenn ihr wollt. Ja, hol ihn mal. Ich sehe ihn auch, wir haben zwei Fragen aus Versehen nicht beantwortet. Wo seht ihr Booktube in zehn Jahren und welches Buch würdet ihr niemals lesen wollen? Habt ihr mich gehört? Oh, hallo! Hallo! Oh Gott. Wie man seine Stimme verstellt, sobald man ein Tier sieht. Er schnott auch voll, aber ich glaube, man hört es nicht. Wo seht ihr Booktube in zehn Jahren? Keine Ahnung. Wer weiß, ob es da YouTube überhaupt noch gibt oder ob es nicht irgendeine andere Plattform ist. Ich habe das Gefühl, dass Booktube immer größer wird. Also, dass es immer mehr Leute machen. Aber ne, ich habe keine Tiere übrigens. Ich kann da ja nicht zeigen. Ne. Ich habe eine Kerze. Eine Kerze? Ja. Und welches Buch würdest du niemals lesen wollen? Oh, wenn ich das jetzt sage, kriege ich wahrscheinlich nachher auf 800 D-Abonnier. Ich lese nichts mehr von Emma Scott. Lena, welches Buch würdest du denn niemals lesen? Ich würde niemals den zweiten und dritten Teil von Shades of Grey lesen, den ersten ätzend fand. Und ich würde auch niemals, wobei, man soll ja niemals nie sagen, aber momentan würde ich behaupten, ich würde niemals die After-Reihe von Anna Todd weiterlesen. Der erste hat mir ganz gut gefallen, den zweiten fand ich grauenhaft und ich möchte das nicht weiterlesen. Warum möchtest du, also, ja, warum ich nicht Emma Scott? Ich fand All-In schrecklich. Ich fand es ganz grausam. Ja, ich auch. Also, ich fand die Grundidee eigentlich cool, aber ich fand die Casey so ätzend, die eine Protagonistin, die war furchtbar. Ich fand halt auch einfach den Ablauf zu offensichtlich. Und, also, na gut, weder Lena noch ich, also ich spreche jetzt einfach für uns beide, wir sind halt beide keine New Adult Romance Leser, so die typischen, ne? Also. Ja. Ups. Moment, mein Ohrgerät ist rausgefahren. Also, ich lese halt ganz wenig New Adult, eigentlich gar nicht. Und Lena, glaube ich, auch sehr selten. Doch, ich habe eigentlich in der Zeit ja voll viel, seit einem Jahr oder so, habe ich ja voll viel in die Richtung gelesen, aber ich fand halt auch voll viel nicht so gut. Und bei Emma Scott, für alle, die nicht wissen, worum es geht in All-In, also wir spoilern natürlich nicht, es geht um eine junge Frau, die Rockstar ist. Und sie hat ein ziemliches Alkoholproblem, also sie ertränkt ihre Probleme in Alkohol, zumindest am Anfang, kann man schon so sagen, oder? Ja. Und dann gibt es ein Jonah, ist der Jonah? Ich weiß es nicht mehr. Ein Kerl, der ist sozusagen der Fahrer ihres Wagens. Der Limousine, ja, stimmt. Der Limousine, was eben in dem Leben des Jonah oder wie der heißt, los ist, aber Casey, also die Rockstar-Frau, weiß das halt nicht und die ist einfach nicht. Oh, ich fand die Geschichte einfach nicht gut. Ja. und ich finde halt auch, also ich lese ja zum Beispiel die All-In-Reihe, habe ich ja gelesen, die finde ich ja wirklich gut, aber das liegt vielleicht auch daran, dass es da einfach mehr um die Personen und um deren Probleme geht und nicht so viel um dieses, also bei All-In war es mir so ein bisschen viel Selbstmitleid und zu viel Erotik, das nervt mich. Ich will keine 20 Seiten darüber, wie die das, also, nee, das brauchen wir. Das müssen wir machen, ja. Ja. In einem anderen Video habe ich das etwas ausführlicher gesagt, also gesagt, dann saß ich da und dachte mir so, Mist, das kann ich gar nicht so sagen, weil das ist ja dann, nachher wird das vielleicht gepiept oder ich kriege ein X, dann habe ich nochmal angefangen, das anders aus zu formulieren. Ja. Ob man uns nächstes Jahr auf der Buchmesse sieht, wurde jetzt auch gefragt. Weiß ich nicht. Kommt auf die Entwicklung von Corona an. Ich möchte auch ungern was zu sagen, also sollte das in einem Rahmen stattfinden, den ich vertreten kann, dann auf jeden Fall. Wie kann es sein? Falls nicht, dann halt nein. Ja. Sie hat eine gefragt, dass ich Bücher ja nie abbreche, sondern knallhart durchziehe und ob mir es im Nachhinein um die Zeit leid tut. Tatsächlich nicht, denn wenn ich ein Buch wirklich ganz schlecht finde, dann lese ich sehr, sehr, sehr schnell. Man könnte es auch liebevoll überfliegen nennen. Also das muss man sich jetzt so vorstellen. Ich nehme mir jetzt mal hier so ein Buch. Ja. Also das fand ich an sich gut, aber ich würde es nicht gut finden. So, dann bin ich so in der Hälfte und denke mir so, was soll die Scheiße? Und dann lese ich halt wirklich, ich lese so quer. Und dann mache ich das ganz schnell, sodass ich noch ungefähr verstehe, was passiert, um so die Rahmenhandlung mitzukriegen. Aber ich lese nicht einzeln jedes Wort. Und dann weiß ich am Ende, okay, das und das und das ist noch passiert, aber ich lese ja nicht mehr wie ein normaler Mensch mir dieses Buch durch, sondern ich scanne die Seiten. Ich lese dann oft auch nur noch die wörtliche Rede. Ja, ich will wissen, wie es dann zu Ende geht. Egal, ob ich es blöd finde, weil ich halt immer denke, manchmal ist es ja auch echt so, dass man den Anfang total furchtbar findet. Von mir aus wirklich bis zur Hälfte. Ich kenne manche, wenn die nach 20 Seiten nicht überzeugt sind, dann brechen sie das Buch ab. Und ich hatte das jetzt schon öfter, dass ich den Anfang nicht gut fand, aber dann wurde es richtig gut. Und dann hat für mich auch im Nachhinein dieser gute Teil des Buchs den Anfang wieder wettgemacht. Wisst ihr, wie ich meine? Und deswegen breche ich keine Bücher ab. Aber es soll jeder so machen, wie er will. Also wenn ich jetzt... Ab wenn wir so die ersten 100 bis 150 Seiten nicht zusagen. Oder ich gar nicht in die Geschichte reinkomme und mir denke, hä, was überhaupt, ich blick's nicht, dann lehne ich es halt weg. Ja. Es wurde auch gerade... Ich habe auch erst üben. Also ich konnte das auch nicht gleich, Bücher abbrechen. Früher habe ich Bücher eigentlich öfter mal abgebraucht, auch wenn ich die blöd fand. Ich bin jetzt einfach zu neugierig. Ich will dann wissen, wie das halt ausgeht. Aber ich investiere da jetzt nicht drei Tage Zeit rein. Dann lese ich das halt schnell fertig. Hier kommt noch die Frage wegen New Adult, ob New Adult-Bücher eigentlich immer mit einem Schicksalsschlag verbunden sind. Meistens irgendwie schon. Weil irgendwo muss ich... Persönlich habe ich immer so das Gefühl, dass New Adult-Romane immer so aufgebaut sind. Es sind zwei Personen, die lernen sich kennen, die verlieben sich, sie sind glücklich, es passiert was Schreckliches und dann brechen. Dann geht es wieder kaputt. Nee. Pass auf, ich sag's dir, wie es eigentlich ist. Mäuschen, wunderschön, ganz toll, alles, hat ein Problem, will vor ihrer Vergangenheit fliehen oder der wunderschöne Kerl will vor der Vergangenheit fliehen. Was Schlimmes passiert. Dann treffen sie sich an einem College oder an irgendeiner Highschool oder wo sie halt einen Nebenjob haben. Dann verlieben sie sich, trauen sich das aber nicht zu sagen. Ja, und eigentlich sind sie total verrückt nacheinander und sie sehen auch super schön aus und sind die schönsten Menschen, die sich gegenseitig jemals kennengelernt haben. Und dann kommen sie zusammen, knickknack, und dann passiert was Schlimmes. Dann ist das Herz gebrochen und dann geht das Herz wieder zusammen, weil dann ist es wieder schön und dann gibt es wieder knickknack. Oh. Ja. Einfach erklärt. Könnte man auch mal so ein Video machen, halt, das ist jetzt natürlich überspitzt dargestellt und total darkastisch. Das könnte man ja bei jedem Genre mal machen. Wobei, bei Fantasy finde ich es schwierig, weil Fantasy ja meistens relativ breit gestreut ist. Ja. Das stimmt. Hast du Kryptos von Potsnansky schon gelesen? Nein. Also, ich weiß, dass ganz viele das ganz arg feiern, aber ich habe auch schon ganz viel Schlechtes drüber gehört und ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, um was es geht. Und ich habe auch von Potsnansky noch gar nichts gelesen. Du? Ich schon und ich fand es auch alles gut, was ich von ihr gelesen habe. Ich habe von ihr gelesen Sekulum, Erebos, Fünf und noch irgendwas. Ich wollte mal gerade, wie heißt es? Kryptos. Ach, jetzt weiß ich welche. Das ist so wie die Insel. Ich zeige das mal kurz hier. So sieht es aus. Ja. Ne, habe ich tatsächlich noch nicht. Ich weiß auch nicht, worum es geht. Soll ich kurz sagen, worum es geht? Ja, gern. Ich bin zu blöd, auf die Internetseite zu kommen. Ich habe es geschafft. Wohin gehen wir, wenn wir nirgendwo mehr hin können? Carrie Brook ist Janas Lieblingswelt. Ein idyllisches Fischerdorf mit vier grünen und geduckten Häuschen. Es gibt scharfe, gemütliche Pubs und vom Meer her weht ein kühler Wind. Manchmal lässt Janas regnen. Meistens dann, wenn es an ihrem Arbeitsplatz mal wieder so heiß ist, dass man kaum mehr atmen kann. Jana ist Weltendesignerin. An ihrer Designstation entstehen alternative Realitäten, die sich so echt anfühlen, wie das reale Leben. Fantasy-Länder, Urzeitkontinente, längst zerstörte Städte. Aber dann passiert ausgerechnet in Carrie Brook der friedlichsten Welt von allen ein spektakuläres Verbrechen und Jana ist gezwungen zu handeln. Hört sich cool an. Ja, aber wie gesagt, also ich habe schon ein paar Mal schlechte Sachen gehört. Deswegen, ich weiß nicht. Und ich habe, wie gesagt, von Puznanski noch gar nichts gelesen. Ich habe hier Erebus, beziehungsweise mein Freund hat es hier. Vielleicht werde ich das mal lesen. Also ich fand Erebus echt cool und Sekulum fand ich auch cool. Ich habe dann zwei auch gelesen. Ne, habe ich noch nicht. Irgendwie. Ich fand jetzt nicht, dass man einen zweiten Teil haben muss. Also kann gut sein, dass es gut ist, ja. Zeitlich versetzt. Hm? Ist der nicht so zeitlich versetzt? Ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich bin halt, weißt du, das Ding ist so, wie soll ich sagen, ich bin ja auch eigentlich gar nicht so ein Fan von immer so langen Reihen oder so. Ich mag das voll gerne, wenn du auch einfach mal ein Buch hast und dann ist es halt zu Ende. Ja, stimmt. Klar, es ist immer schön, wenn man in der Welt drin ist, dann auch noch mehr darüber zu erfahren. Aber diese klassischen Trilogien mit diesem, hier fängt es an, hier ist dann die Revolution angezettelt und im dritten Teil ist dann der Showdown und dann geht alles bergab. Das nervt mich dann irgendwie. Hier, Schwarmwissen, Alice schreibt ja, fünf Jahre später spielt Erebus 2. Aber bei Fantasy gibt es ja so viele Einzelbücher. Das sind ja meistens, also Dilogien, wenn nicht sogar mal Trilogien. Ja. Ja, ist ja auch nicht verkehrt. Das heißt ja nicht, dass ich es nicht mag. Aber ich finde, mal einen guten Einzelband finde ich auch sehr angenehm. Ist auch nochmal schön, ja. Vor allen Dingen, dann kann man es zuklappen und es ist beendet. Man wartet halt dann ein, zwei Jahre, dann hat man es schon ja halt vergessen. Und dann kommt das neue Buch raus und dann googelt man sich die Finger wund, um eine gute Zusammenfassung inklusive Spoiler mal zu finden. Keiner traut sich aber zu spoilern und dann weiß man gar nicht mehr, hä, wie war das? Ich hatte das jetzt gerade erst bei dem dritten Teil von Scythe. Den ersten habe ich geliebt, den zweiten fand ich okay. Und dann haben mein Freund und ich jetzt im Urlaub den dritten Teil gehört, als Hörbuch. Weil wir waren ja im Urlaub und sind ewig kein Auto gefahren. Und wir haben so angefangen und dann waren wir beide so, oh Gott, wir haben so viel wieder vergessen, ja. Dann habe ich angefangen zu googeln. Und du kriegst es müssen. Ja, kacke, hätt ich mal. Wie fandst du das Ende? Fandst du es gut oder nicht so? Ich bin sehr unemotional, was den dritten Teil angeht. Ich fand die erste Hälfte total langweilig. Dann fand ich es eigentlich ganz gut. Dann fand ich es komisch und dann fand ich es wieder gut. Oh. Und du? Ich fand den dritten Mann eigentlich ganz gut. Ich fand das Ende auch gut. Aber ich finde, es ist schon wieder so ein Stückchen offen, so wie wenn er sich die Tür offen lässt für einen Spin-off. Und das nervt mich. Ja, ich glaube aber, dass man das automatisch macht, wenn man sich in der Welt halt wohl fühlt, weil man denkt, oh, ich könnte doch. Ja. Also ich finde, das ist aber eine sehr innovative, gute Reihe. Ja, voll. Die Reihe ist super, auf jeden Fall. Und ich fand es ein bisschen auch erschreckend, irgendwie so zu Corona-Zeiten. Also ich habe den dritten Mann zu Corona-Zeiten zu Ende gehört und dachte mir so, ja. Okay. Das stimmt. Das stimmt. Hier wurde noch gefragt, ob du der Kindersammler gelesen hast, so wie du es sagst. Der Kindersammler von Sabine Thiesler, ja, habe ich gelesen. Fand ich auch gut. Fand ich sehr erschreckend. Und meine Schwester hat davon immer noch Albträume. Also nichts für mich. Es ist halt ein Thriller. Also, ja. In welche Geschichte würden wir gerne reinspringen? Harry Potter wurde hier gleich angefügt. Ich wollte vielleicht gar nicht Harry Potter waren. Das stimmt. Ich würde sagen, nachdem du die Antwort gegeben hast. Natürlich würde ich ja gerne rein. Ich würde gerne in die Welt von Kasadim. Oh ja. Wisst ihr was? Also, jetzt Achtung, jetzt kommt die schlau-i-Schlumpf-Antwort. Ich nehme das Buch der gelöschten Wörter, weil von dort aus kann man in jede Geschichte springen. Hat die uns fertig gemacht. So. Ich sage schon wieder so oft, M wurde noch nicht aufgemacht. Tut mir leid. Ob ein vierter Teil von Tintenwelt an die ersten drei anknüpft. Hast du das nicht schon gehört? Nee, den gibt es ja noch nicht ganz. Da gibt es nur die ersten Kapitel, oder? Ja, irgendwie auf BookBeat waren noch die ersten Kapitel zu hören. Genau. Jetzt mache ich mich wahrscheinlich wieder zum Cybermobbing-Opfer. Ich kann dazu leider nichts sagen, denn ich habe die Tintenwelt-Trägerie nie gelesen. Also, die ersten Kapitel gibt es ja schon eine Weile. Gibt es die nicht sogar schon seit Weihnachten letztes Jahr oder so? Nee. Cornelia Funke hat die, ich glaube, im März oder April, hat sie um, ich glaube, das war, ich weiß es nicht, ja, aber ich glaube, es war so, dass sie, weil eben Corona und so dann da war, dass sie das für ihre Fans sozusagen früher gemacht hat, als Trost so ein bisschen. Und, ähm, was heißt mithalten? Ich glaube, dass Cornelia Funke, also ist ja für mich meine persönliche Heldin so, und ich glaube, dass sie nicht einfach nur diesen vierten Teil schreibt, weil sie sich denkt, oh, wäre ja mal ganz nett. Ich glaube, dass sie da eine sehr, sehr coole Idee noch hinter hat. Sie hat letztes Jahr bei der Lesung auch gesagt, dass, ähm, dass diese Welt sie nicht losgelassen hat und die Charaktere nicht und da ist noch so viel da ist, was erzählt werden soll und ich bin voll hyped, also ich habe da richtig Bock drauf. Ich kann es nicht einschätzen, ob es mithalten kann, aber so wie ich Cornelia Funke einschätze, kann es mithalten. Ich finde es halt schwierig. Ich habe mit dem Film angefangen und fand den Film total schlecht. Die Filme sind schlecht. Du kannst doch nicht die Filme gucken, Mann. Deswegen habe ich nie die Bücher gelesen. Das ist genau wie der goldene Kompass. Die Bücher sind ein Traum und dieser Film, was ist das? Das ist genau wie bei Rubin Roth. Stell mal vor, da hättest du nur die Filme geschaut. Der letzte Teil, der Film wäre absolut Horror. Ich habe mir den gekauft auf DVD, weil ich den halt unbedingt hier haben wollte, damit das halt vervollständigt. Der ist noch eingeschweißt. Seit ich glaube vier Jahren eingeschweißt hier, weil ich den nie wieder geguckt habe, weil ich den im Kino so hundsviserabel fand. Ich habe meine beste Freundin angeguckt und habe gesagt, das macht doch gar keinen Sinn. Das widerspricht dem Raum Zeitkontinuum. Was ist mit dem? Ich verstehe das auch gar nicht. Ich habe das auch damals mit meiner Freundin Karin mir angeguckt und wir saßen da, wir haben richtig uns totgelacht zum Teil, weil wir uns dachten, was macht ihr aus so einer coolen Reihe irgendwie? Keine Ahnung. Und ich fand Film 1 und 2 noch relativ gut nah am Buch. Ja, aber der dritte nicht nah. Ja, also da habe ich mich mal irgendwo drüber aufgeregt. Ich weiß gar nicht mehr, wo. Ich glaube auf Instagram. Und da hat mir jemand geschrieben, dass die Rechte für den dritten Band nicht verkauft wurden. Und sie sich deshalb nicht am Buch orientieren konnten, durften. Wie auch immer. Ja, wie geht das? Das verstehe ich schon gar nicht. Wir reden über die, wir reden gerade über die Edelstein-Trilogie, weil gerade gefragt wurde, über welche Filme wir reden. Über diese hier sozusagen. Ja, die ist in Rot, Saphir-Blau und Smart-Grün. Über die sprechen wir. Ja. Ja. Lukas sagt, der Film existiert für mich nicht. Aber damit meint er, glaube ich, die Tinten. Die Tintenreihe. Aber er schreibt auch drunter, dass es die gerade günstig per Abel gibt. Achtung, Werbung. Ja, aber ich versuche doch gerade meinen Sub abzubauen und habe deswegen ein Sub-Glas. Also das ist so ähnlich wie deine Sterne-Bewertung, nur jetzt über Seiten. Also das ist so, war das dein... Mein Book-Journey. Ja. Also da ist es so, dass du für 100 Seiten einen Euro in die Kasse schmeißt. Ach, sehr cool. Mhm. Ja. Ich muss auch mal wieder sowas anfangen. Ich habe gerade damit angefangen, weil ich jetzt wieder mehr Hörbücher höre, weil ich halt ja auch jeden Tag dann zur Arbeit fahre und so. meinen Sub mal zu durchforsten und gleichzeitig dann bei BookBeat zu gucken, welche Bücher ich auch als Hörbücher hören kann. Das habe ich auch gemacht. Ja. Ja, ich weiß, was du meinst. Also du hast gewusst, ob die Bücher von deinem Sub auf BookBeat sind. Genau. Und ich habe da ein paar gefunden. Das ist super. Das ist auch so. Wie hoch sind eure Subs? Ungefähr bei 88. Also bei mir sind es über 100. Lena, du hast auch keinen Sub, du hast einen Rub. Ich habe einen Rub. Ich schäme mich nicht für meinen Rub. Ich mag den. Den vor allem. Ich mag den Regal. aber ich bin fleißig beim Abbauen. Also ich habe es mir auch vorgenommen und ich finde, bis jetzt klappt es ganz gut, weil mein Sub war Anfang des Jahres bei 140 Büchern. Ich habe auch echt viel von meinem Sub gewesen. Das Ding ist halt, wenn dann man so schöne Sachen zugeschickt bekommt, da sagst du halt nicht, nein, ich schiele hier gerade an meinem Laptop irgendwie vorbei, weil ich vom Coppenrath Verlag ganz, ganz tolle Bücher bekommen habe. Ja, es wird also, hm? Ich finde das auch immer fies, auch jetzt gerade im Oktober finde ich es richtig hart, nichts zu kaufen, beziehungsweise ja jetzt im September schon, weil ja so viele Erscheinungstermine sind, weil ja Buchmesse wäre, sage ich jetzt mal. Also ich meine, es findet ja eine Buchmesse statt, die ja nur online und so weiter, wisst ihr ja wahrscheinlich alle. Da ist halt immer Erscheinungsmonat, da knallen die Verlage ja alle ihre Highlights raus. Ja. Ja. Was ihr hier übrigens seht, ist Fuß ins Ohr. Komm, streck dich nochmal, komm, streck dich nochmal. Du sollst mal deine Coppenrath Bücher zeigen, darfst du das denn? Ich glaube, das eine darf ich noch nicht zeigen, aber zwei davon kann ich schon zeigen. Ich mache auch ein Neuzugänge-Video noch, aber, ähm. Ich werde kurz Pausen klauen. Okay. Also das eine ist ein richtiger Schinken. Wie gesagt, ich werde auch zum Ende des Monats noch ein, ähm, ich muss mal kurz gucken, ob die schon rausgekommen sind und ob ich das überhaupt darf. Moment. Mach nochmal, äh. In der Zwischenzeit beantworte ich kurz Fragen, die ich beantworten kann. Ähm, Frankfurt soll ja angeblich stattfinden. Ja, Hätte stattfinden sollen. Mittlerweile hat aber die Regierung entschieden, dass Großveranstaltungen bis 31.12. verboten sind oder nicht stattfinden dürfen. Also auch die Buchmesse nicht. Deshalb sind die Sachen, die vor Ort stattgefunden hätten, auch wieder abgesagt. Die findet nur noch online statt. Habe ich das richtig erklärt, Lena? Ja. Und es ist ja auch die Frage, will man da hin? Also, und was ist dann da überhaupt? Also selbst wenn es stattfinden würde, war ja schon sehr lange klar, dass die wirklich großen Publikumsverlage zum größten Teil gar nicht dabei sind, ne? Ja. Okay, also zwei Bücher darf ich zeigen, eins noch nicht. Also. Also dann zeig mal. Es ist ein richtiger Schinken. Ich gebe mir einen Bruch. Es ist eine Buchausgabe von Anna Karenina. Ach, du liebes Lieschen. Ja. Ist richtig schön. Wollte ich schon immer mal lesen und diese Schmuckausgabe macht es mir leichter. Und dann habe ich hier noch Memento Monstrum. Und es ist so süß und es ist so süß aufgemacht. Das ist das süßes Tierchen da drauf. Es ist Graf Dracula als Vampir-Fledermaus. Oh. Ganz, ganz süß. Und da geht es darum, dass Graf Dracula, die Vampir-Fledermaus, das erste Mal mit den Enkelkindern alleine ist und die erst total überfordert. Und, ähm, die, die finden dann so ein altes Fotoalbum oder so von ihm. Also ich habe es noch nicht komplett gelesen, aber ich habe es schon mal reingelesen. Und, äh, dann kommen so ein paar Anekdoten sozusagen über sein Leben raus. Und es ist ganz, ganz, ganz süß gemacht. Wenn man, ich gucke mal kurz, was, wie es so süße Bilder hat oder immer und so. Moment, ich sehe gerade, dass Stefanie schreibt, sie mochte Reckless nicht und traut sich nicht so richtig an die Tintenwelt. Die Tintenwelt ist so viel besser als Reckless. Wirklich. Ja. Sorry, muss ich kurz loswerden. Ja, Koppenrad ist auch mein finanzieller Untergang beziehungsweise diese Bücher habe ich glücklicherweise als Rätziexemplar bekommen. Aber es gibt auch, ähm, kleinere Schmuckausgaben, ne? Ich dachte auch immer, es gibt so diese großen, es gibt auch kleine, die sind auch ein bisschen günstiger, weil es ist ja nun ja auch ein bisschen Geld, was man da investiert und die haben aber trotzdem auch so Goodies da drin und so. Wie wirst du das lesen? Ich packe es in meine Tasche, dachte ich, ich nehme es mit in die Bar. Ich finde es halt, also, ja, es klingt jetzt irgendwie blöd, aber bis jetzt war halt auch noch kein Thema dabei, wo ich gesagt habe, muss ich unbedingt haben. Ich finde sie total schön, aber ich bin da vielleicht zu schwäbisch geizig. Ich weiß nicht. Ja. Ja, na klar, kostet ein bisschen was, ne? Ja, und wenn da jetzt halt so ein Buch dabei wäre, wo ich sage, keine Ahnung, also ich weiß, das wird da wahrscheinlich nie erscheinen, aber nur mal so als Beispiel, wenn das jetzt König der Löwen wäre, dann hätte ich das schon 800 Mal vorbestellt, weil König der Löwen ist mein, neulich war ich beim Metzger, da gab es, es gibt doch immer diese Gläser mit Senf drin, wäre es ein seltenes Senf, aber da war König der Löwen drauf. Ich brauche das. Ja, also, aber, ja, Pinocchio und so, das ist halt alles nicht so meins. Pinocchio, Pinocchio liegt hier bei mir, aber eigentlich, glaube ich, darf ich es noch nicht zeigen, weil es ist offiziell noch nicht erschienen. Aber auf Instagram gesehen. Ja, eigentlich könnte ich es auch zeigen, aber ich traue mich jetzt nicht. Alles gut, wusste nicht. Aber es ist bei mir, also nur mal so wegen den alten Büchern im Allgemeinen, also gerade so Tintenwelt und sowas, ich weiß nicht, in dieser Zeit, als die alle erschienen sind, habe ich immer andere Sachen gelesen. Ja. Ich habe so Bücher aus dem CWJ oder sowas gelesen oder hier von Arena diese, ich muss mal kurz spickeln, die Glamour-Klicke zum Beispiel habe ich gelesen. Das ist ja, ich weiß nicht, ich glaube 16 Wände oder was das sind. Die kennt, glaube ich, keine alte Sau. Entschuldigung. Also falls sie jemanden kenne, ich würde mich freuen. Oder zum Beispiel eine für vier, diese Jeans. Ja. Kennst du das? Nee. Das habe ich gelesen. Aber ich habe halt nie Tintenwelt oder sowas gelesen. Ja. Voll. Ich habe immer freche Mädchen und freche Bücher gelesen. Das habe ich auch gelesen. Und diese Sisters, das sind doch diese Mädchen in der WG. Ja. Die habe ich aber nicht hier, die habe ich mal ausgeliehen. Und zum Beispiel das hier habe ich auch ganz häufig gelesen. Meine Hollywood-Geheimnisse. Fand ich klasse, fand ich super. Kennt aber auch niemand. Da geht es um ein Mädchen, das quasi wirklich Filmstar ist und dabei jetzt ein normales Leben führen möchte und sich deshalb bei der Tochter des Produzenten oder ihres Managers einschleicht. Also halt mit Perücke und Kontaktdessen und so weiter und sich dann verliebt. Das ist halt alles total süß. Das habe ich halt als Teenager gelesen. Ich habe voll gerne von Sophie Kinsella die Shopaholic-Reihe gelesen. Dann habe ich, das habe ich noch von Kerstin Gier, so diese ganzen Spüter-Mafia. Mütter-Mafia oder ach, wäre ich doch zu Hause geblieben oder ohne Lösung kein Problem oder irgendwie sowas. Wie hieß die das jetzt? Das hat man davon, wenn man mal umräumt. Ich komme hier überhaupt nicht mehr klar. Ach, keine Ahnung. TVKG war meine Jugend. Musste ich neulich lachen. War da einer bei uns im Büro, der sah aus wie Klößchen. Da habe ich gesagt, guck mal, Klößchen. Und meine Kollegin guckte mich an. Wer? Späßchen von TKKG. Unkultiviert. Nein, Späßchen. Ich nicht. Achso, übrigens, zu der Jeans gab es auch zwei Filme, glaube ich sogar. Die waren aber auch nicht so gut. Ich habe neulich nach 100 Jahren mal wieder den Film Wild Child geguckt. mit Emma Roberts. Das ist die Nichte von Julia Roberts. Kennst du den? Ah, das ist die, die dann nach England in der Mutter geht. Ja, jetzt. Ja, den habe ich auch geguckt. Den fand ich so toll, immer als Teenie. Oder wann? Wahrscheinlich war ich schon. Alter. Aber ich habe eine eigene Serie auf Nickelodeon. Ich mochte immer voll gerne Zoe 101. Oh, ja. Und Ruby McGuire. Oh, ja. Ocean Girl. Und The Tribe. Ocean Girl? Kennt nicht. Nee. Ich gucke auch heute noch gern Hannah Montana. Ja, Hannah. Das habe ich tatsächlich aber nie so ganz geguckt. Ja, Schweiß auf der Oberlippe. Das sage ich heute noch. Du hast da S-A-D-O. Schweiß auf der Oberlippe. Nein. Das war nicht cool. Das ist aus Wild Child, wo die doch Lacrosse spielen. Das ist alles. Wild Child ist einfach so geil. Ich liebe das. Das ist... Vor allem, ich habe den live. Ich glaube, ich habe den auf Englisch, auf YouTube geguckt, weil es den halt nirgendwo gab, wo ich den halt hätte gucken können jetzt bei Netflix oder so. Ja. Netflix gab es doch damals noch gar nicht. Nee, ich meine jetzt neulich, als ich den geguckt habe. Kennst du das? Weil der, glaube ich, über Disney Channel läuft, oder nicht? Der war ja nicht. Nee. Also habe ich jedenfalls nicht gesehen. Okay. Kennst du das so oder auch an alle so gerichtet, wenn es einem wegen irgendwas nicht so gut geht oder man ist so voll gestresst, dann hilft es einem immer voll, wenn man sich irgendwas aus der Jugend oder der Kindheit anguckt oder anhört. Dann war ich so, oh, das ist alles gerade so stressig. Ich muss Wild Child gucken und dann habe ich Wild Child geguckt mit mir alleine. War super. Shirley Holmes. Ja, Mann. Die hatte immer so ein Coolie, womit man dann Fotos gemacht hat. Die war geil. Das war bei... War das nicht bei Tigerenten? Nee. Wie ist denn das? TKKG-Club? Nee. Das war doch da immer... Das sagt mir gar nichts. Nein. Es gab so auf Kika, glaube ich, TKKG-Club. Das war so eine Sendung, sowas wie Tabaluga-TV. Ja. Das kenne ich. Mit so Detektivsachen. Dann waren da auch immer so Laser-Strahlen, wo du so unterdruckst musstest. Ja. Wo die dann den Kressor knacken mussten zum Schluss. Genau. Und den Draht durchschneiden und man dachte, oh Gott, will ich den roten oder den gelben? Und da wurde nämlich immer als so kurze Mini-Sendung Shirley Holmes auch gezeigt. Das war cool. Das sagt mir nichts mehr. Okay, gar nicht. Ja. Das fand ich cool, weil eine Frau sozusagen... Ja. Cool fand ich auch immer Plötzlich Prinzessin. Also die waren ja auch auf Mac Carbots Büchern und dann gab es noch den Film von Disney. Ja. Die Verwandlung von der. Die liebe ich immer noch. Wie hieß der? Paolo? Paolo Prinz. Und das. Und er macht daraus. Das. Das war süß. Das erinnert mich auch an den Film von Lizzie McGuire, als sie doch auch vor Dingsdewitt. Ne? Hieß der nicht auch Paolo? Er hieß auch Paolo. Paolo ist ein Künstler. Ja. Aber Ocean Girl sagt mir gar nichts. Was ist das denn? Das war voll geil. Da war... Wie war denn das? Da war so ein Expeditionsschiff und die haben eigentlich so für Wale und so wollten die was erforschen. Und dann kam da so ein Mädel, Ocean Girl, Neui oder Meui oder so hieß die. Und die konnte halt die Frequenz von diesen Walen noch viel länger hören als normale Menschen. Und die ist dann immer da so geschwommen. Und die ist halt so, die ist nicht wie normale so geschwommen, sondern die hat so Fischbewegungen gemacht. Man sollte auch da habe ich das im Freibad auch immer versucht und das ging ja. Und die sind dann auch immer auf so einer Insel und so. Das ist total geil gewesen. Okay, das habe ich geguckt. Aber da kann ich mich nicht mehr so erinnern, nur noch so Sequenzen. Weil ich das gerade sehe, dass hier auch jemand gesagt hat, dass darauf gewartet wird, dass das bei Netflix kommt. Ich habe das mal angefangen bei YouTube zu gucken. Das gab es da noch. Ich gucke mal, ob es das noch gibt, ohne Witz. Ocean Girl. Haben wir einen Lieblingsfilm? Ocean Girl Staffel 1, auf Deutsch. So sieht es aus. Ist das eigentlich illegal? Nö, oder? Also es ist ja für den Illegal, der sich nicht planen hat, oder? Haben wir einen Lieblingsfilm? Ich weiß nicht, ob ich einen Lieblingsfilm habe. Also ich mag abseits von diesem ganzen Teenie-Mädchen-Ding sehr, sehr gerne die Marvel-Filme und Transformers. Ich liebe Bumblebee. Ja. Die es jetzt übrigens als Funko es gibt. Richtig hässlich. Ich war so enttäuscht, als die vorgestellt wurden. Oh nein. Darf ich das zeigen? Ich glaube schon, oder? Ist ja keine Ahnung. Nein. Ich hätte wohl noch sagen dürfen, was man hässlich findet. Also ich weiß nicht. Das hat für mich mit dem Bidi da gesteckt, hat das überhaupt nichts zu tun. Der sieht aus wie eine Katze. Ja, der ist eine Katze. Aber das ist doch nicht Bumblebee. Also. Ich verstehe, dass du enttäuscht bist. Ja. Also das mag ich sehr gerne und ich liebe die Harry-Potter-Filme, weil ich finde, die sind relativ gut nah am Buch. Und ich finde, vor allen Dingen, wenn man sich das mal überlegt, wie alt die sind, dass die wirklich gut gemacht sind. Ja. Also der erste Film ist ja, glaube ich, von 2000 oder so. Ja. Und man merkt auch, finde ich, von Film zu Film, wie es besser wurde, weil die natürlich auch mehr Geld reingepumpt haben. Ey, dieser Puzzle-Fuzzle, ich habe hier Fuzzle. Ja, hier vor mir, also wenn ich plötzlich mal so mache, dann fliegt hier irgendwo so ein Katzenhaar vor meiner Nase rum. Also ich finde aber auch, dass die halt gut nah am Buch sind. Also nicht so wie zum Beispiel Edelstein-Trilogie Teil 3. Ja. Das stimmt. Ja. Hier wurde auch gefragt, ähm, wo waren das jetzt? Welche Serie hättet ihr gerne als Buchreihe gelesen, wenn es sie gäbe? Oh, Haus des Geldes. Das fand ich so stinklangweilig, diesen Halb kann ich überhaupt nicht verstehen. Hast du es zu Ende geguckt? Nein, ich habe mir die letzte Staffel abgebracht, abgebrochen. Oh, weiter. Hallo. Nein, ich fand es so langweilig. Ich dachte, da würde irgendwann mal was passieren und die waren immer nur in dieser Bank und haben Geld gedruckt und ich habe mir so, ja, und jetzt? Jetzt ist Lena gleich aus dem Stream draußen und kündigt mir die Freundschaftsfilmer. Ja, wir sind ja auch seit fast zwei Stunden. Ich bin schon hier. Ich guck's weiter. Das ist so eine kraft gute Serie. Das ist eine meiner aller, allerliebsten Serien. Ich mochte 24 als Serie sehr gerne. Das kennt, glaube ich, keiner mehr. Ich glaube, ich bin 60. Das ist eine Serie, also die ist relativ brutal. Die ist auch erst ab 16. Ich bin ja schon erwachsen. Ist okay. Also die ist schon nicht ohne, würde ich sagen. Da geht es um eine Antiterroreinheit in Amerika und da geht es eben um einen Angestellten und eine Staffel hat quasi wirklich immer 24 Stunden, das ist in Echtzeit gedreht. Doch, das habe ich schon mal geguckt, ja. Das finde ich, das feiere ich so hart. abgesehen von der letzten Staffel, die ist kacke. Weil da haben sie plötzlich andere Stimmen, andere Synchronsprecher. Fand ich schlecht. Aber die anderen vier fand ich gut. Fünf. Guck, Alexandra kann auch nichts mit Haus des Geldes anfangen. Danke. Aber ich habe auch Alexandra, also wir teilen uns ja Namen, weil mein zweiter Name ist auch Alexandra, aber ich kann jetzt hier keine Verbindungs-Vibes spüren. Späßchen. Und Skorpion finde ich gut, läuft gerade auf Netflix. Das würde ich gerne lesen, ich glaube, das finde ich interessant. Entschuldigung, ich habe gerade nicht gehört. Ach so, bei Skorpions geht es um Hochintelligente, die quasi so als externe Berater für Homeland Security arbeiten. Cool. Das ist irgendwie interessant. Und die haben einen Mitglied, das ist die Mama von einem hochintelligenten Sohn, also der ist noch klein, und sie hilft quasi den Hochintelligenten die Welt zu verstehen und die Hochintelligenten verklickern ihr, wie sie ihren Sohn händeln muss, also wie sie besser an ihn rankommt. Das wäre ich cool. Weil er zum Beispiel die Fingernägel lackiert und der Hochintelligente sagt, also das gleiche in der ersten Folge, ja, sie hat keine sauber lackierten Fingernägel, weil sie keine Zeit hat, weil sie sich um ihren Sohn kümmern muss. Und dann sagt sie so, nein, meine Fingernägel hat mein Sohn lackiert. Und dann sagt er halt irgendwann später zu ihr, ja, er lackiert dir die Fingernägel, weil er gerne deine Hand halten möchte, dir das aber nicht sagen kann. Also schon cool gemacht. Rainbow Academy kenne ich nicht. Ich auch nicht. Was ist das? Und Vampire Diaries, Funkos, gab's die nicht? Ich dachte, die gab's mal. Es sagen jetzt schon einige Tschüss. Oh. Doch, ich wollte nur mal sagen, weil ich sitze hier gerade. Ja. Oh, wir sind auch schon eine halbe Stunde drüber, sehe ich gerade. Eti, wie viel Zeit hast du noch? Oder sollen wir aufhören? Also eine Viertelstunde hätte ich noch, aber dann muss ich anfangen zu kochen und so was anderes. Ich muss auch noch kochen. Bei uns gibt's halt Kartoffelkratter. Was gibt's für euch? Spaghetti, Bolognese, aber für mich ohne Bollo sozusagen. Die kleine Hexe habe ich nicht als Film gesehen. Hier kam gerade die Frage, wie wir den Film gesehen haben. Was ich richtig cool fand, war Räuber Hotzenplotz, die Realfallfilmung ist, aber auch schon wieder 100 Jahre her. Das fand ich irgendwie, fand ich richtig süß damals. Da habe ich weder Filme noch, ich habe da mal eine Kassette gehabt und fand es irgendwie so gruselig, dass ich nie Bücher gelesen habe. Wahrscheinlich war ich zu klein für die Kassette. Ja, ich hatte auch diese Kassette. Ich fand es auch gruselig. Nee, ich esse kein Fleisch tatsächlich, weil hier gerade die möchte das nicht. Tschüss. Da sagt noch jemand Tschüss. Tschüss, ihr Lieben. Schönen Abend an alle, die jetzt schon gehen. Also was heißt schon. Die jetzt halt gehen. Lest ihr manche Bücher nur wegen Booktube? Ich kaufe ganz viele Bücher nur wegen Booktube. Ja. Und ich finde das immer so schwer, wenn Leute sagen, kannst du mir Bücher empfehlen, die unbekannt sind, weil ich immer gar nicht weiß, was unbekannt ist und was nicht, weil ja ganz viele Bücher, die auf Booktube und Bookstagram voll den Hype erfahren, eigentlich total schlecht verkauft werden. Also, und dann ja in den Buch eben auch ganz, ganz selten erscheinen. Ich weiß es auch immer nicht, weil es kommt ja auch immer so ein bisschen drauf an, für Leute, die eben nicht so auf Bookstagram unterwegs sind. Ja. Die kriegen diese, ich sag jetzt mal, typischen Blogger-Pakete auch gar nicht unbedingt mit. Und für die ist das dann, ja. Ja, und ich zum Beispiel muss auch sagen, also bis vor drei Jahren wusste ich gar nicht, dass es eine Bücher-Community so in dem Sinne gab. Ja, natürlich. Also ganz viele lesen halt einfach so für sich, ne? Ja. Das stimmt. Ein Buch, das ich nur wegen Bookstagram und Booktube gekauft habe, ist übrigens dieses hier. Oh ja, ich auch. Also ich hab's gekauft, weil Lena davon so geschwärmt hat und eine ganz große Instagrammerin quasi auch davon so geschwärmt hat und sowohl auf Lenas Meinung als auch auf Berils Meinung lege ich sehr viel Wert. Darauf kann ich mich einfach verlassen und deswegen hab ich's gekauft. Obwohl ich das anhand des Covers nie gekauft hätte. Hast du's aber schon gelesen? Haben wir darüber schon mal gesprochen? Ich hab's noch nicht gelesen. Ich möcht's noch lesen. Es wurde mir so hartnäckig von einer Abonnentin empfohlen. Wirklich. Über Monate hinweg hat sie unter fast jedes Video geschrieben, Lena. Ich lass nicht locker. Du wirst es lieben. Und dann war ich irgendwann so, aber mein Sob, er ruft nach mir. So und dann habe ich ja so ein Trial-Chapter-Video gemacht. Ja. Ich muss das haben und ich hab's auch nicht bereut. Ich bin ja gerade mitten im zweiten Teil. Ich lieb's. Aber ich muss ehrlich sagen, das wäre kein Buch, zu dem ich greifen würde, würde ich's im Buchladen sehen ohne Empfehlung. Auch nicht. Auch nicht. Und es ist eben so schlecht. Auch in der Beschreibung, der Klappentext hat mich null angesprochen. Ich finde, an sich ist das voll schön gemalt, das Cover, aber ich hätte's mir auch nicht gemacht. Aber es spricht mich jetzt einfach nicht, weil es halt so, das spricht nicht für sich so. Weißt du, da ist halt diese Arche drauf, aber. Ja. Mehr halt auch nicht, irgendwie. Und was ich neulich auch nicht, wo ich auch nicht widerstehen konnte, war diese, das hab ich erst gestern gekauft. Na? Aus dem One-Verlag, diese Akademie-Geschichte mit den Engeln und Dämonen. Ich weiß nicht, ich hoffe meins, Schätzoran. Ich weiß, es wird nicht. Ich weiß nicht. Moment. Aber der One-Verlag bringt auch gerade ziemlich viele Akademie-Geschichten raus. Celestial City, Akademie der Engel. Hab ich, glaube ich, noch nie gehört. Ah, ich hab's schon mal gesehen, glaube ich. Da gab's so coole Blogger-Pakete mit Federn drin, entweder weiß oder schwarz, und je nachdem, was du dann... Leserhase wusste gleich Bescheid. Hätte ich mal lieber in die Kommentare geguckt, hätte ich lieber. Hilfe. Ah, oh, ey, mir tut gerade schon alles weh hier. Das ist ja auch schön. Wir sind auch schon im Schrafen. Ah. Warum wird das denn noch irgendwas? Ich hab sonst keine Fragen mehr offen. Hier findet jemand toll, dass du Vegetarierin bist. Ja. Schon sehr lange tatsächlich. Ich bin tatsächlich keine Veganerin, aber ich versuche, so oft es geht, Dinge auch vegan zu essen. Aber du essst dafür zu gerne Käse. Aber ich esse sehr gerne Käse. Ich hab tatsächlich einen ganz guten Ersatzkäse gefunden. Und ich esse aber auch tatsächlich ganz gerne mal ein Ei. Ich finde halt, es kommt ja auch immer drauf an, wo man das herbekommt. Ja, stimmt. Also was ich meine, ich kaufe meine Eier dann zum Beispiel hier beim Bauern. Ja. Da ist bei uns die Hühnergackern. Also dann weiß ich wenigstens, wo es herkommt. Und ich, also wir, seit was die ausgelernt hat, kaufen wir auch nur noch Fleisch vom Metzger. Und dann halt, das ist ja teurer, also ja schon deutlich teurer als beim Discounter. Und dann kaufen wir halt nur noch zweimal in der Woche. Also diese Woche einmal Hackbraten und einmal Schnitzel und das war's dann. Ich finde auch, jeder soll das, ja. Ich finde auch, jeder soll das so machen, wie er sich wohlfühlt. Also ich würde mich da auch nicht einmischen bei irgendwem. Ich finde halt nur, man sollte sich bewusst sein, generell egal, was man konfirmiert, ob es mit Fleisch ist oder Gemüse, ist egal, was man eigentlich in sich reinstopft und woher das kommt. So. Und dann war es gut. Und ich finde es auch überhaupt nicht verwerflich zu sagen, ich möchte gerne Fleisch essen. Finde ich nicht schlimm. Ich möchte es halt nur nicht. Aber, ja. Also ich habe kein Problem mit vegetarischer Ernährung, aber ich könnte mich nicht rein vegetarisch ernähren. So. Also ich finde gerade, wenn du sagst, ihr habt bei euch einen Bauern oder einen guten Metzger oder so. Ja. Solange ich nicht für 50 Cent mir irgendein Hühnchen bei Aldi kaufe, wo ich weiß, das ist wirklich vollgepumpt mit, weiß ich was alles. Ja. Das mein Papa kauft zum Beispiel auch immer bei uns hier auch um die Ecke beim Bauern. Jetzt hat er eine, einen Sechzehntel Rind gekauft und jetzt hat er dann noch eine Sau bestellt. Also, die wird bei dem gezüchtet, geachtet. Da wissen wir, kommt vom Frank drei Häuser weiter. Ja. Na, mein, mein einer Onkel oder Großonkel, ich verstehe immer nicht so ganz, wie wir alle miteinander verwandt sind, aber ich sage mal, mein Onkel, der ist Biobauer und der hat Bio-Rinder und der schlachtet die natürlich auch. Und, da weiß ich auch, wie es den Tieren geht. Ich könnte die aber trotzdem nicht essen. Also, das ist bei mir inzwischen wirklich wie so eine Blockade, sage ich mal. Also, es war, ich habe immer gerne Fleisch gegessen und von heute auf morgen war bei mir wirklich der Moment, wo ich in ein Brötchen mit so Lachsschinken gebissen habe und ich fand es widerlich. Ich kann dir nicht erklären, wieso. Ich habe das nicht gerne immer gegessen, aber von dem Moment an habe ich es nicht mehr gegessen. Das ist jetzt lange her, acht oder neun Jahre. Stört mich aber auch nicht, mir fehlt nichts. Und ich finde aber, wenn man das gerne isst, dann soll man es doch auch machen. Ich esse halt einfach gerne Fleisch. Und ich kann zum Beispiel mit dem Soja-Ersatz nicht so... Es gibt ja auch nicht nur Soja-Ersatz. Ich meine es auch. Egal, wir brauchen ja jetzt hier keine... Keine Echtfertigung. Ist okay. Es ist, was ihr wollt. Ja, ich gucke meine Insta-Nachrichten nachher noch an, aber erst muss ich kochen. So, ich glaube, jetzt haben wir keine Fragen mehr. Die Viertelstunde ist auch fast voll. Ja. Ja. Mein Freund sitzt schon auf der Couch und wartet. Ach so. Der macht wahrscheinlich immer Zeit so. Also ich habe... Ich sehe es nicht. Kann er uns nicht das fertige Essen zeigen, so wie bei deinem Livestream? Ja, nee. Er hat noch... Ja, wir haben gesagt, wir kochen zusammen diesmal. Okay. Dann wollen wir ihn natürlich nicht... euch nicht aufhalten, mich nicht aufhalten. Basti kam auch gerade vom Fußball. Ich glaube, der hat auch Hunger. Ja, es ist jetzt so langsam so Armbotzeit, ne? Ja. Okay. Also dann, Lena, wo muss ich hinklicken? Ich sehe ja nicht, was du siehst sozusagen. Irgendwo musst du oben auf Endbroadcast oder so klicken. Dann klicke ich da jetzt gleich drauf. Ich wünsche allen, die zugeguckt haben, einen schönen Abend und sage danke an Lena und danke an euch alle da draußen. Ja, vielen Dank an alle. Schön, dass ihr hier sein durftet. Und schönen Abend auf jeden Fall noch an alle. Ja, schönen Abend an alle. Ja, vielen Dank an alle.